Wobei ich ein Nami-Game, in dem ich 0-0-10 hatte, verloren war. Und am Ende 2016, ja, das passierte manchmal, ne? Kata hat eine Spinne gefangen. So, achso, hier sind wir stehen geblieben, stimmt. Wir müssen irgendwie nach oben. Beim letzten Mal hatte ich halt irgendwie keine Geduld, dann nochmal alle zu töten. Aber das müssen wir halt, glaube ich, machen, sonst kommen wir da sehr, sehr schlecht durch, ne? Das ist das Problem. Ich habe zumindest noch... Der Typ ist ja auch da. Ich habe zumindest noch Fernkampfgedöns. Okay. Ich muss den Backslip mal lernen. Wir müssen halt mal wieder Fähigkeit irgendwie... lernen. So, da ist der erste Bogenschütze. Da ist noch einer. Wir müssen dann letztendlich zu diesem Turbogen da hinten. Da geht es halt irgendwo hoch. Und da bin ich irgendwo gestorben. Wir haben mittlerweile vier Heilungen, was halt zumindest mal eine mehr ist. Das ist am Anfang immer so ein bisschen schwierig halt, ne? Das habe ich in der anderen Mission halt gemerkt. Dass ich mich echt so an die, ja, sechs, sieben Heilungen irgendwie gewöhnt habe. Und wenn du das dann nicht mehr hast, ist halt Ende, ne? Dann muss ich halt erst mal umgewöhnen, weil es halt wird... Es wird ja auch nicht leichter. Okay. Okay. So, da ist einer. Oh, was? Ich habe nicht getroffen? Wo habe ich denn hingeschossen? Okay. Und Zero und schönen guten Abend. Ganz willkommen zum Nio. Das ist, glaube ich, auch nur einer, ne? Okay. Da ist einer. Ich kann aber, glaube ich, hier lang laufen. Das ist so ein... Das ist so ein Olaf hier. Gutes Holz. Okay. Dann gehen wir jetzt eine Wohnung bauen, Leute. Ein Haus. Noch mehr? Okay. Sieht nicht so aus. Wir haben uns noch nicht geheilt. Das ist an sich echt ganz gut. Wir haben fünf Heilungen. Weißer. Okay, prinzipiell müssen wir uns jetzt mal heilen, ne? Wir werden trotzdem noch fünf, wenn wir noch einen gelootet haben. Okay, dann hier hoch. Oh, fuck. Da ist noch einer. Oh, fuck. An sich, ich weiß halt auch nicht, wie groß das Ding ist, ne? Es gibt halt keine Kodamas hier drin. Das war für mich immer so ein Indiz dafür, dass es halt nicht so eine große Map irgendwie ist. Aber das zählt scheinbar nicht mehr unbedingt für Nio 2. Ja, in Nio 1 hast du da irgendwie immer so ein, ja, entweder so eine kleine Bosswelle irgendwie gehabt und ein Boss, ne? Oder nur ein Boss in dem Ding. Und dann war's das. Ach, fuck, ja. Der hält ein bisschen mehr aus. Achso, weil hier oben ging es nicht weiter. Ich erinnere mich da. Aber hier bin ich gestorben, glaube ich. Weil die Kiste habe ich auch mal nicht gelootet. Okay. Okay. Warum sagst du Dinge, Nico? Was? Was für Dinge sage ich? Was? Was? Weiß nicht, was ich für Dinge sage. Okay. Die Dinger müssen wir halt auch immer kaputt schlagen, ne? Weil da ist halt mitunter echt auch mal ein Elixier drin. Weil du nachher Heilung eben gejingst hast. Okay, das stimmt, ne? Ach, fuck. Ach, hier gibt's auch Schlangen. Ach, nee. Ja, ich soll da aufhören, irgendwie positive Sachen im Stream zu sagen, ne? Weil dann passiert doch mal das Gegenteil. Ach, Gott, okay. Oh, was? Oh, was? Ah, fuck. Die lebt halt noch, ne? Der kommt halt wieder hochgeflatscht. Ei, 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 das ist ja nicht wahr. Hat man sie kennehalten, okay. Okay, wir müssen darauf aufpassen, dass hier kein Vieh von der Decke hängt und mich hinterrücks irgendwie abschlaubert, ey. Wir haben gelernt, man kann die sehen und hören. Weil das ist das Ding. Ah, Gedanken, wie ach, das ist ja ganz easy, enden zu 100% tödlich. Das stimmt. Mal kurz AFK. Macht keinen Umspruch. Ich versuch's. Bin ja auch nicht ganz sicher. Da ist ein... Schreien, das ist ganz gut. Ich muss halt lernen, das ist so ein bisschen mein Problem. Ich muss lernen, meine Yu-Kai-Fähigkeiten zu nutzen. Weil das mach ich halt gar nicht. Das machen, ich hab das echt ein paar, ne? Ich hab bei Marco so ein bisschen zugesehen. Ich möchte nicht. Kann ich da nicht ran? Ah, okay. Wir machen den gleich. Erstmal hier. Irgendwie saven. Ah, dann hab ich nicht so viel Angst, gegen den zu kämpfen. Ah, Gott. Aber ansonsten, die sind halt gar nicht so schwer, ne? Die hitten immer bumshart. Dabei hab ich relativ viel Leben eigentlich. Ich hab nicht so ne krasse Rüstung. Das ist halt vielleicht auch ein kleines Problem. Ich hab halt nur ne leichte Rüstung. Dafür kann ich mich aber halt schneller bewegen, glaub ich. Aber die ballern halt richtig Hasen. Stell dir mal vor, ich hätte nicht so viel Leben gespielt. Ich hab halt 20, 21 Konstitution. Da kriegst halt immer 35 Leben, Fuhrer. Bloß halt ein bisschen, ein bisschen Damage. Weil ich das nicht gehabt hätte, wär ich halt fast One-Hit gefühlt, ne? Ach Gott, ich kann's nicht drücken. Schnell wie du zurück zum Schrein kommst, mit der leichten Rüstung, amazing. Ja. Das ist richtig. Hältst du mehr aus, Markus? Das weiß ich halt gar nicht mehr. Ich weiß halt nicht, ob ich bei dir da die Hauptmission gesehen hatte. Ich hab da halt ein bisschen zugeschaut. Auch wenn's mich halt ein bisschen gespoilert hat, aber das hab ich jetzt halt schon vergessen. Du warst auf jeden Fall sehr orientierungslos. Und das Problem hab ich hier auch manchmal. Dass ich nicht unbedingt weiß, oder das Problem habe, ey, wenn ich jetzt sterbe, wie zur Hölle bist du da eigentlich hingekommen, ne? Das Problem hab ich nämlich echt auch oft gehabt. Mir war auch kein Punkt in dem Leben gepackt. Hab ich beim ersten Char gemacht. Bringt nix. Okay. Ja, bringt halt nichts. Das stimmt halt, ne? Also ich merk's ja grad, ne? Jetzt hat die Frage, würde ich mit, ähm... Ich mein, ich krieg halt eh Damage dazu. So ist es nicht, ne? Also ich scale das nicht aufgrund des Lebens, sondern... Weil's mir halt das meiste an... Damage gegeben hat. Aber wenn ich's jetzt nur für Leben gemacht hätte, ja. Jetzt würde ich mir jetzt zumindest ein bisschen verarscht vorkommen. Das stimmt. Fuck. Ach Gott, ne, ne? Schwierig. Schwierig, schwierig. Mal sehen, wie viele Trice, äh... Er noch denkt, er könnte den ohne tanken. Dreh- und Eilpunkt sind halt, äh, die Buchkonto bei den großen Gegnern, ja. Weil du die halt verkackst, merkst du halt schon, du musst die halt schon alle treffen. Im besten Fall. Ne. Das merkst du halt schon, weil das die halt sehr aus der Bahn hat. Oder ein Dumbo gehostent. Schön, ja. 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 Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe zwei Elixiere bekommen. Das einzige, wie man weniger Schaden bekommt, ist eine dickere Rüstung, die mehr weht. Ah, okay. Das ist halt... Ich weiß nicht, ob ich das möchte halt, ne? Ja, nicht so. Ah, hier waren wir glaube ich noch nicht, weiß ich gar nicht. Oder Schutzhannesmann. G, einer muss rechnen. Wie ist eigentlich Nio2 in Charon? Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Kriegt man da eigentlich Heiligenstände wie in Souls-Tion? In Nio1 gab es sowas nicht. Naja, indirekt gab es in Nio1. Du hast halt Kodamas gehabt. Du hast auch hier im Prinzip. Du hast diese grünen Viecher in jedem Level. Und pro Map sozusagen. Du hast ja pro Map vier, fünf Hauptmissionen oder so. Oder auch Nebenmissionen. Und auf dieser Map hast du halt auch Kodamas verteilt in Haupt- und Nebenmissionen. Und je nachdem wie viele du hast, je mehr Start-Elixiere bekommst du sozusagen. Du kannst welche auf Lager haben, ne? Wie im Bloodborne. Dann hast du halt dauerhaft acht, wenn du genügend hast. Wenn du aber keine mehr im Lager hast, kriegst du anhand deiner Kodamas, die du hast, eine gewisse Startzahl. Wir sind jetzt auf der zweiten Map im Prinzip. Ich habe in der ersten relativ ziemlich alle Kodamas irgendwie gesucht und gefunden. In der zweiten Map machen wir es auch gerade ebenso. Und ich habe mittlerweile in, nach der ersten Hauptmission, alle gefunden bisher. Und da habe ich vier Start-Elixiere. Das heißt, das erhöht sich jetzt nach und nach wieder. Bis wir halt am Ende der Map auch wieder so sechs Stücke haben. Und dann resetet sich das wieder, wenn du in der dritten Map bist. Dann musst du auch wieder alle sammeln. Kannst aber auch lassen. Das ist nicht unbedingt ein Muss oder so. Aber es macht schon Sachen einfacher. Und du brauchst jetzt die Elixiere nicht unbedingt Farmen halt, ne? Das ist halt das Ding. Du kannst die Farmen. Muss dabei. Wir müssen mal wieder gucken. Er hat eine Sense. Ich darf die im Yooka-Reich nicht aufmachen. Oder demnächst sagt. Da hat mich Victor so ein bisschen gespoilert. Aber ich habe es ja auch gesagt. Kann er machen. Ähm. Wäre natürlich witzig gewesen. Aber ich würde es halt. Hier drinnen halt unbedingt. Nicht unbedingt machen. Müssen wir jetzt erstmal den Dude hier finden. Da. Ah. Und da rechts ist der. Der Oberbösewicht. Also seht ihr auf der Map nicht, ne? Ich habe ja die Map. Da wird mir angezeigt. Äh. So Punkte angezeigt. Und die Punkte sagen dann, ey. Sehr gut. Wenn du den tötest. Löst sich dann sie auf. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Also entweder. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten, ne? Der kam mir irgendwie sehr schnell vor. Aller finden. Ist halt geil, wenn du ein Item aufheben willst. Kreis gedrückt hältst. Und sich stattdessen, äh, ein Grab daneben öffnet. Ja. Das ist mir auch ein Neo-Altern passiert. Davon habe ich immer ein bisschen Angst. Das kann schneller passieren, als man gucken kann. Ja. Das Problem ist halt. Ich würde halt schon ganz gern immer so Sinsen-Griebe irgendwie in die. Achso. Der war auch schon tot. Okay. Wollte schon sagen, warum kann ich den nicht angesehen? Ja. Uff ey Uff Schwierig, schwierig ey Bei dicker Rüstung muss man halt meistens Ausdauers geben, keine Ahnung Ob es später noch schwere Rüstungen gibt Die auch mit Anderen Werten außer Stärke und Ausdauer Das ist halt das Ding, da muss man halt noch stärker skieren Was halt für das Bild Nicht unbedingt so das Ding wäre Fähigkeit geht halt noch Das ist eher skaliert halt eben mit der leichten Rüstung Das brauche ich auch theoretisch Auch für die Efe Da muss man halt immer so ein bisschen gucken Das habe ich halt beim letzten Mal, beim letzten Stream Erst richtig gerafft, dass es halt so scheinbar Drei Werte gibt Womit dann eine Waffe letztendlich skaliert Und das ist dann Ja Nicht unbedingt ein Race ist Wenn du Die Werte für deine Waffen hat Geht Pff Hier gerade dachte ich fast Ich habe wirklich ein Grab geöffnet Okay, zur Not müssen wir halt echt Den Oni mal Schwören Ich meine, wofür haben wir den halt Also nicht den Oni, den Yokai Weil ich bei dem so ein bisschen Angst habe Ja, der ist ja Boot Schnee oh Gott oh das war so knapp ist halt geil wenn du ein Item aufheben willst achso das habe ich gerade gelesen ja das ist halt echt das kann halt echt schwierig werden vor allem weil du dann naja du sammelst halt sehr sehr viel Zeug ein du achtest dann vielleicht nicht unbedingt drauf plötzlich ja also so ein Vieh neben hier stehen was wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt einfach ist gehe ich mal von aus das wäre schon mal witzig eigentlich ok es ist halt so ein bisschen die Frage lassen wir den R kommen also wie was ist da die bessere Taktik gegen den dann geht in 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 Ja, alter Fenno. Das war's aber noch nicht, ne? Obwohl, warte mal, das ist das... Das ist das Ding wahrscheinlich, was wir holen sollen, ne? Aber ich guck jetzt ganz fix mal... Ach, die kann ich jetzt nicht mehr nehmen, okay. Die kann ich jetzt gar nicht mehr beschwören. Kann ich hier nachher raus? Ja. Okay, nicht sicher, warum ich jetzt diese Gräber nicht mehr aktivieren kann, ne? Weil ich theoretisch die Mission wahrscheinlich beendet hab, ne? Mehr oder minder zumindest. Na gut, klick mal an. Okay, ich wollte schon sagen. Jut, Jut. Haben wir, haben wir geschafft. War dann doch ein bisschen leichter als gedacht. Du kannst nach Missionsander nicht mehr sterben. Also auch keine Gräber öffnen. Runterfallen. Ach, runterfallen kann man auch nicht. Krass. Weil ich habe ja theoretisch die Mission nicht beendet, halt. In dem Sinne, ne? Erst. Wenn ich jetzt das Item irgendwie genommen hätte. Hätte ich es mir anders gedacht. Geht ihr dann zu, das letzter Wunsch? Ey, du hast es wirklich geschafft. Na dann, mal her damit. Und das hätte auch die Weiber so gewollt. Okay. Da muss ich, okay, das können wir halt schon mal reinnehmen. Es hat auch die Frage, soll ich da mehr auf Stärke gehen? Also mehr auf Angriff? Oder eher so auf die Dinger, die halt irgendwie geil sind? Das ist halt immer so die Frage, ne? Oder nehme ich sie eher, um eine Waffe zu leveln? Weil das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Meine Waffen, mein Waffen-Level irgendwie hochzusetzen. Okay, jetzt will ich mir sowas nicht geändert. Können wir halt ohnehin noch nicht nehmen. Die sowieso nicht. Und da ist der Ausgangspunkt. Wir hätten jetzt eine Hauptmission. Ich gehe halt mal davon aus, dass nach der Hauptmission wir könnten halt... Hier ist auch mal eine, ne? Ne, die haben wir schon. Okay. Wir sind, glaube ich, jetzt Level 37, 38. Das heißt, wir sollten wohl erstmal eine Nebenmission machen, ne? Das wäre, glaube ich, ein bisschen... bisschen cleverer. Und die erste Huschhusch bekommen war. Wie es scheint, traut sich in der Gegend, äh was? Dreht sich im Gebiet der Oda noch immer ein Anhänger des Imagawa-Clans herum. Er plant möglicherweise die Ermordung von Fürsten Munaga, um seinen gefallenen Meister zu rächen. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Halten wir ihn auf, bevor er bei einem echten Problem wird. Alles klar. Danach leveln wir erstmal. Ja, das ist wichtig. Apropos, ich hoffe der Chat raucht heute nicht wieder ab. Ich bin nicht sicher. Ich... Es gab wohl noch Probleme heute. Ich bin aber ein bisschen paranoid, wenn es halt dann ruhig im Chat ist. Macht nur, wie ihr wollt, ne? Aber... Manchmal... Beim letzten Mal war es ja auch so, ne? 20 Minuten plötzlich kann er geschrieben. Ich habe es einfach so hingenommen, bis ich dann mal gefragt habe. Aber ich... Ich glaube, es geht halt wieder, ne? Ich bin mir bloß nicht so ultra sicher. Weil ein paar haben wohl noch Probleme gehabt heute. Ähm... Angeblich liegt es wohl auch großteilig irgendwie nur an Telekom. Kenne ich... Also, weiß ich nicht. So, hier kriegen wir einen Nahkampf dazu. Da... Drei... Beziehungsweise einen, ein... Ihr wisst schon. Einen Angriff. Machen wir eher Magie oder was? Ich brauche ja nichts anderes, ne? Ich habe ja Fähigkeit. Das habe ich jetzt geskillt wegen der Rüstung. Und ich glaube, ich brauche Konstitution auch für die Rüstung und Fähigkeit, wie gesagt. Ne? Magie ist halt so bei den Damage. Auch da variiert allerdings halt ein bisschen. Dann müssen wir halt gucken, ähm... Wo wir das meiste herkriegen. Deswegen... Es geht einfach mal Magie weiter. Den Rest brauchen wir ja eigentlich... Nicht. Ausdauer vielleicht irgendwann, ne? Weiß ich nicht. Nicht sicher, ob das halt irgendwann geil wäre. Der hat nen Hammer. Der hat nen Hammer. Der hat Level 60. Wollen wir den trotzdem mal töten? Vielleicht... Hat der... Geiles Zeug. Obwohl der wahrscheinlich schwere Klamotten hat. Bringt mir ja gar nichts. Ja, war ne Pfeife. Waffe. Waffe haben wir. Wie kann ich das denn sortieren nochmal? Sortieren ist so. Nach Typ am besten. Genau, da hab ich die drin. Die ist jetzt auf Level 28. Würde das halt vielleicht mal beim Schmied, nach der Mission vielleicht, auf Level 36 anheben. Weil da hab ich ja im Prinzip... Ähm... Jetzt den Segen-Scan, der Level 36 ist. Das sollte ja klappen, wenn ich das richtig verstanden hab, ne? Ach da. Okay, ich hab nix mehr. Letzte Zeit wundern sich auffällig, äh, viele Streamer, dass die Chats so ruhig sind. Nicht lange auf viele zocken. Ja, das hat sich eh so ein bisschen geändert, tatsächlich. Ähm... Mittlerweile sind... Also, lassen sich viele Leute irgendwie berieseln. Das ist halt auch nicht so ultra schlimm halt, ne? Macht nur, wie ihr euch irgendwie am wohlsten fühlt. Wir waren hier halt schon mal, ne? Schreibt mir gerade auf. Nicht sicher, ob das ne Hauptmission war. Ich glaub, das war auch ne Nebenmission, ne? Hm... Ich möchte halt trotzdem irgendwie mal die Gräber looten, die ne Sense haben. Weil potenziell haben die halt dann auch leichtes Gear irgendwie an. Und das wäre halt gar nicht so schlecht für uns. Fuck. Okay. Okay, ich bin da nicht safe. Oh Gott. Die ist einfach scheißegal. Okay. Okay. Was hat denn der für ne Rüstung an, ey? Meine Herren. Was ich am besten in Neo finde, äh, sind mittelschwere Rüstungen. Da hast du noch Beweglichkeit B und trotzdem ein bisschen mehr Verteidigung gegen Damage. Und... Ja, vielleicht wechseln wir irgendwann, ne? Ich bin nicht sicher. Also... Du bist... Bist du langsamer, wenn du... Also so von dem Ausweichen her, bist du langsamer, wenn du ne schwere Rüstung an hast? Oder... Jetzt sieht sich das irgendwie nur auf den Ausdauerverbrauch für bestimmte Aktionen. Aber ich bin nicht sicher, ich hatte zwischenzeitlich auch ein bisschen mehr Rüstung an. Und ich war jetzt nicht langsamer. Oder so. Oh, fuck. Das habe ich natürlich jetzt nicht so schnell hingekriegt. Man verbraucht mehr Key. Na gut, das macht aber nicht so viel Sinn halt, ne? Es ist halt immer so die Frage. Und die macht das halt auch wertetechnisch Sinn, ne? Leichte Rüstung macht halt wegen der Fähigkeit Sinn, die man da eh skilgen muss. Und mir bringt es halt auch nochmal ein bisschen Schaden. Das ist halt immer so das... Das Ding halt, ne? Was ich... Äh... Auch immer bedenke. Wow. In deinen Kopf. Boah, das gibt's nicht, ne? Was der aushält. Wenn... Wenn ich auch so viel aushalte. Wenn ich eine schwere Rüstung anhab, ne? Dann scheiß mal drauf. Okay. Gräber. Nach Sensen absuchen. 37. Ah, ne. Er hat halt auch mal blaues Zeug angehabt. Da kann man Glück haben, ja. Aber ich hab meistens immer dann das Pech, dass ich dann das Falsche irgendwie gedroppt bekomme. Wenn ich halt wüsste, welche Leute noch irgendwie erleichterte Rüstung anhaben, ne? Das müsste man irgendwie noch herausfinden. Was ist denn das für einer? Was? Ach, ihr seid... Ach, ihr habt das gehört, oder was? Das ist ja jetzt doof. Das ist der Bossgewehr. Das war ja okay. Dann komm mal her. Ey. Feuerwerk ist vorbei. Arschloch. Gott. Okay. Ich hätte vielleicht nicht zum Polen sollen. Ich bin nur ein leichter Russi. Die Fähigkeit pushe ich sowieso wegen dem Bayern. Genau, ne? Das ist halt auch das Ding. Und ich spiele die sowieso sehr tief in die. Ja, man muss halt so unseren eigenen Stil halt irgendwie finden, ne? Ich mag's halt auch eher schnell. Jetzt hab ich natürlich keinen Fernkampf gedünst mir alle. Das hab ich geahnt. Das hab ich geahnt. Das hab ich geahnt. Das war nicht so schön. Und Magic Now. Schönen guten Abend. Jetzt willkommen zu Nioh 2. Na ja. Der Grind, bevor Riese 3 losgeht. Der Grind. Also nicht heute. Bald heute. Mal gucken. Mal gucken. Das ist halt das Ding da. Ich brauch jetzt eigentlich nen Pfeil. Und wir haben noch nicht so nen. Wie hießen das irgendwie? Ne. Bogen hab ich. Ich hab auch dieses Schussgewehr. Ja, dieses Riesen. Das Handrohr. Ich hab's noch kein richtig gutes Handrohr. Ne? Die ballern nämlich mehr. Also Kata versteht das jetzt nicht. Aber die ballern ja wirklich mehr. Handrohre gibt's ja in Nioh 2 auch. Die blasen dann richtig durch. Wirklich? Ich. Ich komm ja nicht durch, ey. Er wird halt ein hartes Problem, ey. Warte mal. Ich guck auch, ob ich irgendwie Gedöns hab. Wir müssen halt wirklich mal zwischendurch irgendwie Munition holen, ne? Weil ich hab halt genügend Zeug. Dieses Grabesgedöns oder was das war von den Opferungen. Die Jagd sogar gar nicht so richtig nutzen. Okay, und die sehen mich, wenn ich ihn halt angreife. Oh, der hab ich vor. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Dann muss ich halt irgendwie um die Ecke gehen, ne? Oh, es ist noch einer. Fuck, 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 fuck. Okay. Noch zwei Heilungen, ne? Aber der andere Typ hält ja an sich auch nicht so viel aus. Das waren ja jetzt echt nur diese hundert Leute, die da drum rum stammen. Die so ein bisschen was angerichtet haben. So, der andere sieht uns von hier nicht, ne? Nee, der ist irgendwo da drüben. Oh, da ist noch einer. Fuck. Jetzt geh ich halt mit einer Heilung da rein, ne? Boop, 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 boop. Na gut. Gucken wir mal, ne? Die können alle Sachen schmeißen. Okay. Ich hab den tatsächlich irgendwie, oh, boop, boop. Ich rück's halt nicht. Ich rück's halt nicht. Ach, das ist der Rehator. Ach so, da komm ich nicht vorbei. No good doings. Er legt halt Loot, ne? Ich weiß halt nicht, warum die mich da nicht durchlassen. Achso, ne, er legt keine Loot. Das sind die Pilze, okay. Na gut. 135.000 Gold haben wir. Das können wir halt auch mal irgendwie beim Schmied reinvestieren. Und halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, die Waffe irgendwie ein bisschen pimpen halt noch, ne? Das wäre halt nicht so ultra verkehrt. Fuck. Das ist ja nochmal der. Ich kann wahrscheinlich auch nicht durchlaufen, ne? Der ist halt, der war ja nicht so schwer, aber der hat jetzt mehr HP, aber bis dann wird der, glaube ich, nicht so, okay, und der ist ja weg. Der wird jetzt nämlich nicht so ultra verkehrt, ne? Ein Blechhaube, in schönen Norms. Oh Gott, er hat nicht viel gemacht. Fuck. Oh Gott, okay. Okay. Ich mach's irgendwie ein bisschen zu, zu aggressiv. Wie sieht aus? Ist der Rage-Crit und Anbruch in Reichweite? Ausbruch meinst du? Wahrscheinlich, ne? Oder weit entfernt. Weit entfernt eigentlich. Es ist, es wird langsam floten da auf jeden Fall, aber ich bin auch weit entfernt an der Stelle, wo Markus da das erste Mal gerage-critet ist, glaube ich. Ne? Der ist irgendwie im dritten Gebiet gewesen oder so. Ähm, und Holly, ich bin nicht sicher, wo er war, aber er war wohl fast durch. Ach Gott, das hab ich wieder aufgehoben. Das war halt genauso. Das ist von daher, nö, eigentlich noch weit entfernt. Es ist halt die Frage, was passiert halt, ne? Also, wie krass schwer wird es? Und wie gefällt mir das bis dahin? Das war nicht so schwer, ne? Geht. Er hat, glaube ich, mehr HP gehabt. Er war ein bisschen, ein bisschen krasser, aber ansonsten... Ach, das war's noch nicht, oder? Was? Hab ich ne... Ich hab doch nicht so ein Abschluss... Hab ich so ein Abschlussding bekommen? Ne, ne? Hab ich? Du musst ja, ne? Weil hier geht's auch nicht zurück. Ist mir das gerade einfach durch die Lappen gegangen? Gibt nicht auf. Und Kepi, vielen, vielen Dank für den Resub im 30. Monat. Ich hoffe, du hast Spaß im 30. schon, ne? Alter Fette. Alter Finde. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist gesund geblieben. Bleibst gesund. Viel Spaß mit den Emots. Und meiner Fresse. Und Nio. Monat. Ist willkommen. Hast du Nio gespielt eigentlich, Kepi? Mission abgeschlossen. Der hartnäckige Ima Gabba. Unglaublich, dass sie den Kopf ihres Meisters holen wollten. Ist das die wahre Treue eines Samurai? Mögen unsere Feinde sein, aber ihre Hingabe ist doch beeindruckend. Nun, da wir Fürst Nubunaga dienen, sollten wir uns in dieser Beziehung ein Beispiel an ihn nehmen. Neue Gierste, neues Level. Geber zum Waffenspiel. Keine einzige Sekunde. Okay. Warum nicht? Du magst ja auch irgendwie Sots, Gedöns. Warum nicht Nio? Ah, genau. Jetzt haben wir das Zeug abgegeben. Sieben Blick war das, ne? Das könnten wir halt auch alles mit der Rüstung halt machen, im Grunde. Und das ist das, was ich angelegt habe. So. Das geht dann runter auf 3,42. Liebensentzug ist halt auch geil eigentlich, ne? Da muss man halt auch so ein bisschen gucken. Ist halt Japan, Schmumo. Ich mochte halt Unimusha auch super gern, ne? So, dann ist es auf Level 36, okay. Und das ist halt dann standardmäßig auf 3,42. Plus, also ohne die Vertrautheit letztendlich. Das heißt, ich kann die halt auch nochmal irgendwie hochballern. Okay. Für 36. Ich weiß. Weil dann, naja, weiß ich nicht. Dann sparen wir uns halt, dass wir halt immer eine neue Waffe suchen müssen, sondern leveln das Ding hier irgendwie auf. Es sei denn, wir finden halt eine unfassbar geile neue Waffe. Da können wir halt immer noch gucken, ne? Denke ich. Unimusha, schönen guten Abend. Jetzt willkommen. Ja, wie geht's dir? Ich hoffe, auch du bist gesund geblieben bis jetzt, ne? Kam nicht wirklich dazu. Damals keine PS4 gehabt, als es exklusiv war. Und jetzt momentan in der Erkennungzeit. Ah, okay. Ja, das ist dann verständlich. Verändere das Aussehen. Vergüten, verbessere die Sondereffekte. Ich glaube, dass... Ich bin nicht sicher, ob das aktuell schon... Okay, ne, die geht auf 3,42 hoch oder was? Ne, ich verstehe das nicht. Warum steht denn da ins 3,18? Warum stand da vorhin 3,42? Weil das dann 3,42 hat, wenn ich das Ding hochlevel? Key Regulation erhöhen, Gegner besiegt. Das ist gesperrt. Das kann nicht ändern, oder was? Ne, kann ja auch nicht. Was kann ich hier überhaupt ändern? Gar nichts. Achso, weil Umbrazil fehlt. So, okay. Ja, kurz. Ja, geht halt. Dann gehen wir wieder, ne? Mal machen wir weiter, ja. Mal leben. Das ist wichtig. Magie bringt 2. Das bringt diesmal nichts. Fähigkeit bringt 1. Machen wir Magie, ne? Vor allem, weil das halt auch Verteidigung bringt. Was gegebenenfalls gar nicht mal so schlecht ist. Reinballern. Gucken wir mal. Wir kommen beim Chat. Oh, es geht schon wieder los. Wie, wie, Markus? Ja, ist schwierig, ne? Also, falls ihr Probleme mit dem Chat irgendwie habt... Ich habe zur Not irgendwie in dem Discord... Da haben wir einen Stream-Chat gedrängt. Da könnt ihr auch reinschreiben. Ich habe es auch ein bisschen offen. Das heißt, ich sehe, wenn da irgendwie was rein blinkt. Oder ich versuche es zumindest zu sehen. Das ist immer ein bisschen schwierig, gerade. Muss ich mal gucken. Achso, die habe ich alle nicht gemacht, ne? Brauche ich auch eigentlich gerade nicht, ne? Tori-Pforte ist halt das PvP, beziehungsweise das Multiplayer-Gedüns. Wie kann ich das Ding nur einrichten, ne? Das bringt mir auch nichts. Das heißt, im Prinzip haben wir... Ach, wir haben hier noch eine Nebenmission, ne? 41. Das ist 43. Die müssen wir dann auch noch machen, ne? Fehlberechnung. Da sind super viele Nebenmissionen irgendwie aufgeploppt. Okay, dann müssen wir erstmal die noch machen. Problem mit dem Chat. Problem mit Internet. Internet-Koop auf PS4 ist kaum mehr möglich. Ja, man merkt es halt auch irgendwie zu bestimmten Stoßzeiten geht es Internet nicht gut. Es ist... Ja, es ist ein bisschen schwierig, halt, ne? Alles ein bisschen schwierig, gerade. Jetzt habe ich nichts gesehen. Es ist mal im Japan-Run. Äh, Pan. Achso. Und David, einen schönen guten Abend. Jetzt willkommen. Soll wohl ein T-Com-Problem sein. Ja, deswegen halt, ne? Naja, du bist halt T-Com-Kunde. Das ist halt das Ding. Das ist halt so eine ISP oder sowas. So ein ISP-Problem. So ein Ping-Problem oder sowas. Das war ja schon noch irgendwie, ne? Meine ich... Da hat es ja auch irgendwie Probleme damals, Markus, ne? Ich bin mir bloß nicht mehr sicher, um was... Also, was es da war zu dem Zeitpunkt. Ob das auch mit dem Chat zu tun hatte. Aber es war irgendwas mit Twitch damals auch schon. Dass man, glaube ich... Oder dass man nicht connecten konnte oder sowas. Und live gehen konnte, dann dementsprechend. Das war irgendwie super strange. Dann würde es mir gefallen tun. Was? Aber du darfst Tokishiro davon nichts erzählen. Ich habe etwas sehr Wichtiges in Okehazama verloren. Dort will mir das nur so von Yu-Kai... Achso, dort will mir das nur so von Yu-Kai. Da würde ich nicht lange durchhalten. Auch wenn ich das nicht gerne zugebe. Deshalb möchte ich, dass du es für mich holst. Tut mir leid, dich damit belästigen zu müssen. Aber würdest du das für mich machen? Das Stück ist absolut unersetzlich. Das ist halt wieder so eine Hohl- und Bringpflicht-Quest wie in Nioh 1. Dass irgendwelche dummen Leute eigentlich kämpfen können und so. Ne, das sind aber alles krasse Leute. Die alle zwei, drei Quests sagen... Oh, ich habe mein Schmerz übrigens schon wieder da verloren. Kannst du das vielleicht holen? Anders kann ich nicht mal in den Kampf ziehen. Das ist immer so. Ja, ich bin deren Handlanger. Die denken, die können alles mitmachen. Dabei haben... Ich bezahle sogar Geld. Dabei haben die nicht mal an Twitch Primes gehabt. Liebe Freunde, wir machen Pause. Ihr könnt checken, ob ihr Twitch Prime habt. Oder nicht. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Hol dir einfach was zu essen. Oder zu trinken. Das ist auch okay. Deswegen, machen wir eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. In Nioh 2. Bis gleich. Also, ich mache das hier aus. Ich zeige euch meinen Arsch. Hier. Jetzt habt ihr meinen Arsch gesehen, ne? Das war auch nicht sehr clever. Das ist so ein bisschen das Konzept des Kanals. Ich feile. Aber das liegt auch daran, dass ich so der Typ bin, der auch feilt. Da kann ich ja auch nichts dafür. Ich bin halt so geboren. Das verspricht einen guten Stream. Ruhrhaltung universell. Von hinten auf. Von hinten ist gut. Also. Das war jetzt nicht so gemeint, okay? Was soll ich dazu sagen? Okay. Ich muss hier schon mal... Wenn ich mich für diesen Weg entscheide, schiebe ich... Das ist Slomo gegen den Schrank gelaufen. Absoluter Profi. Da habt ihr es gehört, ne? Habt ihr es gelesen? Warns auf Weiß. Was soll ich dazu sagen? Hat halt auch recht, ne? Das Spiel. Das hindert mich nicht daran, ziemlich scheiße zu sein. Was? Wieso sind wir jetzt wieder hier? Pascal glaubt an mich. Der ist aber nicht so schwer. Ich zeige euch das jetzt. Wie ich mich dann stürme. Scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Nein. Ich darf mir jetzt gar nicht blamieren, ne? So, jetzt ist es nah. Ja, nicht runterfallen. Scheiße. Ich hab mir auf das Gift geachtet, ne? Ich hab mir schon wieder nicht auf die Energie geachtet. Und dann kommt das da. Und dann dann... Du willst mich kaputt machen, ne? Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Entlass mich doch mal in Ruhe hier. So. Das wollte ich nicht. Nein. Du Dreckshund. Das kann doch nicht der Verdammte Ernst sein. Das wäre fast ein First Try gewesen. So, zweimal Arbeit. Mal gucken, ob das irgendwie... Was war das denn? Ja, ich geh eben raus. Ich will hier raus. Was? Die Atmosphäre ist halt echt cool. Aber ich mag halt auch sowas. Ich weiß gar nicht, was wir damit machen. Es ist okay. Es ist okay. Es ist nie. Mit jeder Kiste, die wir übrigens zerstören hier drin, steigt die Chance, dass mal wieder eine Bombe drin ist. Okay, verstehe ich nicht. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut bis dahin. Ciao, ciao. So, liebe Freunde. Willkommen zurück zu Nioh 2. Schönen guten Abend. Und Thunderstorm. Schönen guten Abend. Na? Auf euch geht's gut. Konntet irgendwas, weiß ich nicht, zu essen finden oder sowas. Na? Kada ist ein Eis. Dann ist mir aufgefallen, ey, fuck. Wir haben nach dem Abendessen gar kein Eis gegessen. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Ja, wir haben auch nichts zusammen gegessen so richtig, ne? Das ist das Problem. So, wir gehen rein. Und gucken, was es da so gibt. Jetzt Nicoman. Echt Bock auf Eis. Das Ding ist, wir haben, ähm, sie hat sich irgendwie so, so, ja, so ganz normale Waffel-Eis-Gedöns, ne? Mit Nuss halt, ne? Die man's halt kennt von, weiß ich nicht, Edeka, Rebe, has' ich nicht gesehen. Und ich hab mir einen Flutschfinger geholt. Neun Stück im Prinzip. Und, alter, die sind ja richtig klein. Das ist ja, da passt ja meine Hand dreimal rein. Also, ne, umgekehrt. Das passt ja drei Dinger in meine Hand rein. Weiß nicht, ob die früher mal große waren, aber ich bin sehr enttäuscht. Aber dafür war es halt auch einen Euro günstiger als das Kaktus-Eis. Und ich wollte ein bisschen Abwechslung haben. War trotzdem im Großen und Ganzen über, über, ja. Bin sehr enttäuscht. Weil, weil die sehr klein sind. Ich mein, wenn die größer wären, dann würde ich die auch nicht wirklich in meinen Mund rein kriegen, aber zumindest länger wäre geil, ne? Dann könnte ich die halt schön ablecken. Naja, ihr wisst schon. Pünktlich sein kann der Tod sein. Was? Pünktlich sein kann der Tod sein. Das ist richtig. Gerade nochmal Resident Evil Resistance ausprobiert. Wie findest du das? Starrestorm. Und auf welcher, spielst du auf der PS4 oder wo spielst du? Weil PS4 hatte ja irgendwie gestern, ähm, Schwierigkeiten und es ging irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile gefixt haben. Jetzt, wo du es erwähnst, ich hole mir Wassereis. Ich mag Wassereis, das hat echt auch super gern, ne? So die ganze chemische Scheiße. Ich mag auch so vom, weiß ich nicht, vom normalen Eisdealer, normales Eis, ne? Finde ich auch sehr geil. Aber ab und zu mal so chemisch scheiße Wassereis. Finde ich richtig gut. Ne? Wo du quasi die Chemie schon beim ersten Kontakt mit der Zunge spielst. Ne? Das ist komplett deine Zunge weggebringend. Das finde ich ganz geil. Nein, Klosteine mag ich nicht so. Aber so, ne? Weiß ich nicht. Mag ich ganz gern. Ähm, mhm, mhm. Tier. Weiter. Es ist halt alles immer so komplett verwinkelt, ne? Schleime. Ach, nee. Ach, nee. Bin zu der Kacke, ist gar nicht meins. Ja, kann ich verstehen halt, ne? Das ist... So Wassereis ist halt eher sowas, weiß ich nicht. Das ist halt sowas für Kinder halt eher, ne? Würde ich sagen. Ach so, ach so. Kata sagt gerade, es geht um Resident Evil, du Idiot. Ja, ich dachte, wir sprechen gerade noch, äh, über Wassereis. Ähm. Auch das kann ich verstehen. Ich bin noch sehr skeptisch. Mich hat es jetzt nicht so ultra interessiert. Ähm. Und... Ich hab auch nicht in irgendwelche Streams reingeschaut oder so. wie sie es irgendwie gespielt haben sollten, ne? Von daher... Ja, mal gucken, ne? Vielleicht probier's die Tage nochmal aus. Vielleicht aber dann... Äh, zum Release kriegt man's halt eh mit... Äh, ist halt eh mit dabei, ne? Vielleicht probier's da denn aus. Es ist halt auch die Frage, braucht man das für Platin? Ne? Haben die hier irgendwelche Trophies da eingebaut? Wo man... Dann eh reingucken muss, wenn man Platin möchte. Ansonsten werde ich's wahrscheinlich auch nicht, äh, wirklich spielen. Denk ich mal. Ey, diese Kacklinger, ne? Ich muss hier halt im anderen Rhythmus angreifen. Das ist mir halt schon bewusst, aber... Das ist manchmal nicht so einfach, ne? Wow. Ich hab's gerade... Ich war wirklich noch auf Wasser. Ich bin gerade auch sehr auf Wasser-Eis-Exit gewesen. Hat man vielleicht gemerkt. Normales Eis bei der Eis-Siebe würde ich auch gerne wieder essen. Äh. Aber bei den Preisen pro Kugel... Ja, das stimmt halt, ne? Das kannst du heutzutage nicht mehr so oft... Oder nicht so ultra oft machen. Früher war's halt, ne? Zu D-Mark-Zeiten war das alles noch super günstig, hat geführt. Und als der Euro kam, war das das Gleiche. Ne? Die Kugel war plötzlich doppelt so teuer im Prinzip. Weil sie einfach nur das, äh... Das Währungszeichen geändert haben. Ne? Ich weiß nicht, was mittlerweile eine Kugel kostet. Muss ich jetzt sagen, was ich... Wenn ich irgendwie... Zwischen 1,20 und 1,50, Alter. Oh, willkommen im Chat. Oh, Markus. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass du auch da bist. Wie geht's dir? Ähm. Das ist halt krass, ne? Ich kann mich halt an Zeiten erinnern, äh... Da hat's eine Kugel Eis irgendwie 70 Pfennig gekostet. Aber das ist halt schon ein bisschen länger her. Muss man dazu sagen. Das ist... Ne, 19... Das war nicht 1970, Mann. Das war 1999 oder so. Ne? 1999, 2000, so. Kurz vor dem Euro halt, ne? Denk nicht über die Preise nach. Ich denk dann halt meistens halt... Wenn... Wenn ich irgendwie Eis esse, ne? Dann sowieso nur, wenn wir irgendwie was essen gehen oder so. Ich hab, glaub ich, meinen letzten Eisbecher tatsächlich mit Markus gegessen. Ähm. Stimmt. Ja, aber wir... Wir haben letzt... Ja. Ne. Ne, wir waren doch... Wir waren doch bei Markus. Haben wir dieses Jahr schon zusammen Eis ge... Na, als wir mit... Mit Dealer. Ja. Als... Ich hab alleine den Eisbecher gegessen, ja. Weil niemand anders mitwollte. Da haben wir mit Dealer, Wolf, Markus, Vivi und Kata haben wir da... Ein extra Platz, glaub ich. Gesessen. Und... Hab ich mir den Eisbecher geholt. Sonst... Ich hab... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie eine Kugel Eis irgendwie gegessen hab, tatsächlich. Meistens esse ich halt irgendwelche Eisbecher und die sind halt... Ja, die kosten halt trotzdem irgendwie sieben Euro oder so. Oh Gott. Naja. Auch noch relativ teuer, aber da ist... Da bist du halt auch satt danach. Kata, kannst du mir auch für Fünfer machen. Brachter. Und Eis krieg ich auch dazu. Geil. Kugel Eis, 20 Pfennig. Ich werde mit Bierdeckeln abgeschmissen hier. Kugel Eis, 20 Pfennig. Das ist halt krass, ne. 20 Pfennig, ey. Ich kann mich dran erinnern, ich hab da immer so ein Dreierkugel, so ein Special Eis, äh... Gab's... Also bei Janis Eis, kennt ihr das noch? Das gibt's, glaub ich. Gibt's wahrscheinlich noch, aber nicht mehr so, ähm... Verbreitet halt, glaub ich. Weil, ich glaube, bei uns, der, der hat auch schon vor Ewigkeiten halt zugemacht. Äh, Jenny's Eis heißt das, glaub ich. Oder wir haben's immer Janis Eis genannt halt, ne. Weil wir dumm sind und aus dem Osten kamen und kein Englisch konnten. Ich glaube, das heißt offiziell Jenny's Eis. Oder so. Und da gab's ein richtig geiles Teil. Für zwei, zwei Mark. Und mittlerweile kostet's, oder hat das dann später irgendwie drei Euro gekostet oder sowas. Das war ein bisschen bitter. Hier, ich weiß nicht, wo's lang geht, ne. Da komm ich her. Da muss ich doch in die Höhle da rein, oder wird. Nico und Sanz, das hatte ich für ein Gerücht. Die Eisdiele musste schließen wegen Nico. Und Ferion, schönen guten Abend. Er hat sich bekommen. Ah. Ne, ich war da irgendwann dann seltener. Ich war da als Kind sehr, sehr häufig. Tatsächlich. Ähm, weil wir den Besitzer irgendwie ganz gut kannten. Und da waren wir halt relativ regelmäßig halt da. Aber nachdem halt der Euro dann kam. Und ich ein bisschen älter wurde, waren wir dann nicht mehr so ultra oft da. Weil wir sind halt auch immer umgezogen dann. Oder wir sind dann umgezogen und dann ist es ein bisschen weiter weg gewesen. Oh Gott, die Regenschirme. Nein. Oh Gott. Wenn man dachte, es kann nicht beschissener werden, dann kommen die Regenschirme. Oh Gott. Oh, die fucking Regenschirme. Da hab ich schon den Neo 1 gehasst. Wie Hund, ne. Das ist fast sogar noch ein bisschen schlimmer als die Vögel. Alter Finne. Okay, wir müssen auf jeden Fall da rein. Den Weg hab ich gar nicht gesehen. Ferian, ich hoffe, die gibt's gut. Ist. Gesund. Und. Warum hast du einen Bierdeckel? Kala geht jetzt. Bisschen boh, vielleicht. Wenn du Bock hast. Ach, also. Das sind die Karakasa-Schirme. Keine Regenschirme. Du bei Nose. Kiroschmann. Schönen guten Abend. Karakasa. Merke ich mir nicht. Das wäre ein Regenschirme. Nein, nein. Nix recycelt. Alles neu. Ja, das sind halt die Gegner sind halt schon ein bisschen recycelt. Ich hab das gestern bei Markus schon mitgekriegt, dass ich da so ein bisschen aufregt. Oder was ist, ne. So ein bisschen drüber amüsiert hat. Dass es halt nur ein Neo Addon quasi ist. Kann ich verstehen, ja. Mir macht's noch Spaß. Ich seh das nicht so arg. Arg schlimm. Aber im Prinzip hat er halt recht. Es sind halt nicht so ultra viele Neuerungen halt drin. Als dass man das vielleicht für 70 Euro als Neo 2 verkaufen könnte. Muss man schon. Stimmt schon irgendwie. Aber mir macht's. Mir macht's halt Spaß. Noch abwarten. Wie sich entwickelt. Aber ich kann ja zumindest die Kritik irgendwie nachvollziehen. So. Ich hab halt keine Munition eben. Ganze Gebiete sind recycelt. Ernsthaft? Ganze Gebiete. Achso. Hier. Ich hab zumindest gesehen, dass der... Das Dojo irgendwie... Das ist das gleiche Dojo aus Neo 1, oder? Oh. Ich hab den Regen schon vergessen. Das Dojo hab ich zumindest gesehen. Da waren wir halt mal kurz drin. Da hab ich halt die eine Mission gemacht. Oh Gott, ey. Okay. Ernsthaft? Einige Missionen sind 1 zu 1 ist Neo 1. Okay. Das ist... Das ist halt schon ein bisschen bitter dann, ne? Da müssen wir mal gucken. Ah, gibt der nicht plötzlich neue japanische Mythologien? Naja, nee, das nicht, aber... Es gibt doch mehr als 5 Monster irgendwie, ne? Ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Es ist nicht so, dass es mich aktuell stört. Wenn's dann halt 5, 6, 7, 8 Missionen sind, oder hintereinander sind beispielsweise auch, die dann halt in Neo 1 schon so da waren, dann wird's halt ein bisschen schwierig. Das ist dann... Das muss er erstmal weg argumentieren, halt, ne? Aber erstmal abwarten, ne? Wir sind noch nicht da. Kann man jetzt halt noch kein Urteil drüber bilden. Wie komm ich da rüber? Achso, über den Baumstamm, oder wat? Achso, wow. Leute, deswegen mal gucken, wie es halt wird, wie es sich entwickelt. Ach, fuck. Das ist halt das Ding. Da geht's rein. Da ist wieder so ein Kackvogel. Ich hab halt schon wieder keiner Estus mehr, ne? Hier ist Sackgase. Ist hier vielleicht halt irgendwo noch ein Schrein. Das hab ich mir so ein bisschen... Das erhoffe ich mir grad noch so ein bisschen, ne? Oh, puh, puh, puh. Ich komm jetzt halt auch nie an irgendwelche Heilung ran, ne? Weil ich kann, glaub ich, auch nicht hier stehen bleiben. Okay. Da hast du jetzt so einen lauten Spieler. In der Nähe. Na gut, wir müssen halt irgendwie nicht durch, ne? Achso, ach, der startet dann... Ach, stimmt, ja. Die Frage, verwandelt er sich hier zurück? Ne. Ja, doch, er verwandelt sich hier zurück, zumindest. Okay. Hat mir nix gebracht in dem, der Bralle, aber wissen wir jetzt. Macht COD, FIFA, und so weiter auch jedes Jahr. Naja, COD macht ja zumindest, versuchen sie ja zumindest, ne? Sich irgendwie neu zu finden, oder so. Willkommen im Chat. Oh, fein. So, dann jetzt aber. Das hat man zumindest noch gesehen, irgendwie. Also zumindest hier, äh, COD, FIFA, hast du nicht gesehen. Das hab ich noch gesehen. Ne, ja, ging's nicht weiter. Puh, warte mal. Achso, das hat man nicht gesehen, ja. Also FIFA macht, äh, vielleicht mal alle drei Jahre. Ja, FIFA macht halt... Ich weiß nicht, FIFA ist generell so ein schwieriges Thema, ne? Äh, hat halt einen faden Beigeschmack, äh, gerade wenn du Hauptmissionen spielst, dann Nebenmissionen, die in den Hauptmissionensgebiet spielst, und dann noch Zwielicht, also dreimal ein Gebiet von Wurst ist, ähm, das kennt man schon aus dem ersten Teil. I call it lazy. Ja, okay, das find ich nicht so ultra schlimm halt. Das war, wie gesagt, das kennt man aus dem ersten Teil schon. Klar, hätte man dann für Nebenmissionen andere Gebiete nehmen, hätte nehmen können, ne? Beziehungsweise für Zwielicht dann auch immer andere Gebiete. Das find ich nicht so ultra schlimm. Tatsächlich, wir machen mal... Nee, warte mal, ich muss erst mal gucken, was ich für Rüstung noch hab, ne? Bevor ich hier irgendwas weghauhe. Bestärkter Kudama-Siegen. Giftschutz. Verlitten erscheinen, geschossen. Ja, geht so. Das können wir nehmen. Komische Tengu-Maske. Das sieht schon ganz schick aus, ne? Die Laune des Schicksals. Ja, das sieht nicht mal so schick aus. Das wird wieder hässlicher. Ja, okay. Müssen wir nehmen. Das ist das... Das erste fand ich eigentlich ganz hübsch. Okay, da haben wir nix. Laufgeschwindigkeit, Zähigkeit. Jetzt haben wir, glaube ich, den einen Bonus auch verloren, ne? Wir hatten ja irgendwie das Götter-Teil irgendwie an. Laune des Schicksals. Okay, haben wir jetzt da den Bonus. Was ist das? Kiefer-Brauch-Fähigkeit minus fünf Prozent. Okay. Kannste machen. Gut. Dann hau das erstmal hin. Mal, ob ich noch irgendwie was lernen kann, ne? Da... Okay, habe ich nur zwei Punkte. Hätte gedacht, ich habe irgendwie mehr. Äh, nur Tiefehaltung. Passiv. Wenn der eine Gläfer-Tamperf ausgerüstet ist und dann neben 30 Prozent oder weniger fällt, verringert sich dann der Lidner-Schaden um 15 Prozent. Das klingt ganz geil. Okay, und das sind halt alles nur haltungsbedingte Sachen. Der Rest. Okay, dann warte ich erstmal. Da habe ich drei. Erhöht den Schaden von Bögen in hoher Haltung. Erlaubt ihr bei perfekten Ausweichen Key-Impuls zu benutzen. Erhöht den Schaden von Angriffen mit bloßen Fäusten. Nur Tiefehaltung. Tiefehaltung erhöht... Auch Kacke. Erhöht die Key-Generation, während Kraftfluss die Haltung wechselt. Okay, das mache ich auch nicht. Aktuell. Achso, das habe ich gelernt, ne? Warum sieht das manchmal so anders aus, ne? Achso, das kann ich auch nicht. 50 Leben. 30 Leben. Das kann ich oder was? Ja. Das kann ich nicht. Ach, die kann ich ja auch. Ach, hier geht es ja oben noch weiter. Und da der Pfeile. 50 Leben ist jetzt auch nicht so. Das ist so, ne? Okay, damit schade ich zumindest das nächste Freie. Erhöht dann eine Angriffskraft, wenn du ein Yokai erreicht mit einem perfekten Key-Impuls reinigst und dadurch die maximale Key-Generation. Ah, ja, können wir halt auch mal probieren, ne? Weil manchmal probieren wir es halt zumindest gegen die Yokai mit hoher Haltung, ne? Das ist halt auch nicht so verkehrt. Okay, hier mal drei Punkte. Er versieht bestimmte Fähigkeit mit Wasser. Das hatten wir auch schon mal gespielt. Verringert die Abnahme der Yokai-Wandelanzeige bei Angriffen. Regeneriert 5% deines maximalen Lebens. Das ist halt prinzipiell auch ganz geil, ne? Wie hoch Aufstieg möglich ist? Wie hoch kann ich das denn baggern? Dass das Ding halt bei Angriffen irgendwie länger hält. Regeneriert 20% deines Lebens, wenn du im Yokai-Wandel einen Gegner durchbohrst. Naja, das passiert nicht so oft, ne? Okay, das ist das Max. Das habe ich auch Max. Dann können wir... Jetzt zieht ihr verlangsamen der Haki-Generation im Yokai-Reich. Das ist eine Yokai-Sky. Warum nicht das denn nicht kiss geht? Okay, das kann ich auch nochmal höher machen. Dann haben wir nicht so den Nachteil in der Yokai-Welt. Wäre auch eine Idee. Achso, hier habe ich auch zwei Bits-Schutz. Ich würde halt mal tatsächlich... Zack, vielen, vielen Dank für 100 Bits. Und schönen guten Abend dir. Ich war ein bisschen... Habe ich nicht mitgekriegt, fast. Zack, schönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für 100 Bits. Auf dir geht's gut. Ich wollte Dingens-Tales-Mann. Ich wollte Dingens-Tales-Mann. Wie ist denn das? Denn das ist ein Faultier. Letztverlich. Wo ist denn das? Brandschutz, Feuerschutz, Entkräftung, Glück, Lebens-Egel, Laisir-Oasen. Ich habe ja alles, aber kein Faultier. Warum nicht? Wasser. Reinheitstales-Mann. Brauche ich auch nicht, ne? Widerstandstales-Mann. Plejadenstahl. Schutz. Faultier, da ist es. Okay, also müssen wir hier rein-skillen. Dann nehmen wir den Widerstand. Und dann muss ich... Okay, da kann ich es nicht weiter-skillen. Und hier... Genau, für Faultier muss ich halt noch Neuling abschließen. Nicht sicher, habe ich das aktuell schon... Also ich kann es aktuell schon machen, aber ich weiß nicht, ob ich das denn auch skillen kann. Wann ich nicht. Ja. Da muss ich mal gucken. Ninja. Haben wir auch nicht rein-skillt. Ach Gott, ey. Brauche ich auch nicht, oder? Shuriken, Gallnoss, Tigerlauf. Bei Benutzung erhöhen diese Sprint- und Amsturmgeschwindigkeit. Sprengkörper, so nachher auch ganz cool. Es ist halt immer so super viel halt, ne? Man weiß immer nicht, ja, für was möchtest du dich denn entscheiden? Wo möchtest du denn dann hin? Reduziert den Kieferbrauch durch Anstürme. Laufgeschwindigkeit, das klingt halt schon ganz geil. Okay, da muss ich das Ding erst skillen, sozusagen. Okay, dann hebe ich mir das erst mal auf. Dann müssen wir nämlich diesen Neulings-Sachen mal noch machen. Und dann kann ich das da quasi auch freischalten. Beziehungsweise lernen halt im Prinzip. Und Yannick, auch dir einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Dritte Folge, Mandalorian geguckt. Gott, ist die Serie gut. Läuft sich dafür, Disney Plus zu abonnieren? Ich weiß es noch nicht, ne? Ich bin mir da noch sehr, sehr unsicher. Ich meine, die meisten von euch haben jetzt irgendwie das mit der Telekom, glaube ich, gemacht, ne? Oder ein paar zumindest. Links, okay. Ja, ich habe es jetzt gerade nicht auf den Chat geachtet. Tatsächlich. Sechs Monate kostenlos. Ja, ich... Man könnte es halt in einem Monat durchballern, ne? Ach, kannst du eigentlich nach einem Tag durchballern, glaube ich. Okay, ich wollte ein bisschen Opfern. Opfern da bringen. Alles weghauen. Ein bisschen Munition. Und... Dann können wir, glaube ich, noch beim Bazaar. Ne, kann ich nicht, weil ich jetzt genügend habe. Shuriken... Ne, das sind Kränenfüße. Verteile diese Kränenfüße auf dem Boden, um jedem, der hinein tritt, Schaden zuzufügen und ihn zu verlangsamen. Okay. Schmucke Stücke. Vielen Dank. Wow. Gut, ich habe noch ein paar Pfeile geholt. Jetzt sind wir zumindest ein bisschen ausgerüstet, ne? Jetzt... Auch wenn wir so einen Riesenmantel irgendwie haben und aussehen, als ob wir jetzt irgendwie gleich feiern gehen. Nein, wir kämpfen jetzt. Äh... Kämpfen. Also, dachte ich zumindest. Oder zu viel, dann passt's. Macht natürlich keiner. Monka, Monka. Mandalorian wird jede Woche eine Folge freigestellt. Achso. Okay, also... Im Prinzip sollte man warten. Wie viele Folgen hat Mandalorian? Sprich, man sollte halt irgendwie warten, bis das Ding released ist. Kann man zwar nicht so aktuell mitreden. Aber dann kannst du halt jetzt zumindest irgendwie... Was ich nicht... Gibt's einen Freimonat oder sowas? Nee, ne? Dann könnte man das sehr clever machen, tatsächlich. Boah, ich bin ja clever. Komm her! Die Hände! Die Hände! Hat er... Hat jetzt Spaß mit Obust Riestix. Ach, du machst einen Streamplan jetzt? An dem Samstag. Das ist jetzt ein Ding. Ich glaube, 11 oder 12. Okay. Hm. Na ja, mal gucken. Weiß ich noch nicht, ne? Ich... Ja, weiß ich nicht. Ich schaue momentan sowieso nicht so viele Serien. Allerdings hatten wir jetzt bis vor kurzem irgendwie auch Dark Souls am Laufen. Das ist durch. Und jetzt sind wir so ein bisschen ratlos, was wir abends immer gucken. Deswegen... Ha. Wir könnten... Ja, wir könnten halt Stranger Things weiterschauen, ja. Die brauchen halt irgendwas. Das ist halt das Ding, ne? Pass auf. Leute. Ich erkläre euch das mal, wie das ist bei uns. Das ist generell bei mir zu Hause auch so. Ich mach das zu Hause nicht anders. Ich hab Sachen, die ich, äh, bei vollem Bewusstsein schaue, ne? Und bei, bei Sachen, die ich schaue, wenn ich, weiß ich nicht, mir LSD reinpfeifen, ne? Aber wenn ich schlafen gehe, ne? Das heißt, ich gucke Sachen, die, äh, weiß nicht, irgendwie Stranger Things, die neue Staffel oder was weiß ich. Ähm. Da sitze ich mich am Abend hin und schaue mir eine Folge an oder so. Oder zwei. Ich hab' aber auch was laufen, wenn ich quasi einschlafe oder schlafe, ne? Und... Da läuft halt immer so beiläufiges Zeug, was ich schon interessant finde. Und auch gern gucke. Wobei man allerdings auch gut einschlafen kann. Ne? Wo man nicht so hundertprozentig komplett fokussiert drauf gucken muss. Und man auch ein bisschen hören kann. Und am nächsten Tag guckst du irgendwie an der Stelle weiter. So einen tollen, rehaltsamen Stream hier zum Beispiel. Oh, das ist halt, das ist halt, fuck, ey. Okay, das ist halt das Ding, ne? Wir haben jetzt die letzten Tage irgendwie Dark Souls 1 bei den Rocket Beans halt geschaut. Weil das kam irgendwann 2018 oder sowas. Wir hatten's halt beide auch noch nicht gesehen. Und... Ja, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, was das... Was halt auch abgeschlossen ist, ne? Bei Bloodborne hat sie halt gesehen. Ich noch nicht. Und das ist halt dann doof, wenn man das irgendwie... Wenn sie's halt nochmal schaut, ne? Wenn ich's halt... Also, ist schon wieder vorbei. Ich dachte... Ich hab jetzt den... Den... Ubi-Streamer-Bonus oder so. Weiß ich nicht. Berichterweise nutzen wir Disney zu dritt, Janik. Berichterweise. DS1 mit Dennis und Eddie? Ne, tatsächlich mit Nils und Simon. Ne? Also Dennis und Eddie... Die haben ja DS1 nicht gespielt, oder? Doch, die haben DS1 damals gespielt. Das... Äh... Nicht das Remaster. Aber das ist halt länger her, ne? Die hab ich aber auch alle gesehen, halt. Meine Maus ist komisch. Du musst nochmal reinpusten, irgendwie. Meine Maus hat irgendwie ne Macke seit heute. Haben sie ja nicht angefangen. Ach, die haben damit angefangen. Ich hab das gesehen, aber das ist halt schon ewig her, ne? Das war ja... War das schon zu Rocket Beans überhaupt? Da bin ich mir nicht mehr... Das ist doch früher gewesen, ne? War das nicht schon... Oder sogar noch Game One-Zeiten irgendwie gefühlt? Ah, kacke. Spie sind halt auch echt kacke, ne? Er hat ja halt dauerhaft... Das hat halt super viel gekostet, alles jetzt. Also, richtig. Das war halt richtig kacke. Äh... Das war noch auf Game One. Ja, okay, ne? Das war halt... Das ist schon ewig her, halt. Und der Mandarin-Mann ist noch gar nicht komplett, sondern nur eine Folge pro Woche? Uff. Ja, ist richtig. Also wusste ich auch nicht, halt, ne? Ich dachte, das wäre halt schon draußen halt, ne? Weil die, die, äh... Original-Ausstrahlung war ja schon. Auf Englisch haben die das ja auf Disney Plus ja schon ausgestrahlt. Und das ist jetzt nur die deutsche Übersetzung, ne? Deswegen dachte ich, das wäre halt schon irgendwie fertig. Aber offensichtlich nicht. Und Eve, an Schingu Nords. Herzlich willkommen. Zu mir. In einer Nebenmission. So, jetzt müssen wir da reihen, ne? Oh, wir haben unseren Geist. Aber an was bin ich da drin gestorben? Ach, hier, an dem da. Ah, okay. Dann gehe ich doch woanders rein. Dann gehe ich zum Vogel, relevant. Dann gehe ich von hinten rein, oder so. Weiß ich noch nicht. Jeden Freitag dann eine neue. Ach so. Ah. Ah, weiß ich nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, du kleines Drecksdings, Vogel. Scheiße. Den kenne ich schon. Ich bin ein kleines Stück meiner Arzt. Ach so, du bist. Ich dachte, du wärst schon durch, ne? Hat sicher damit zu tun, dass auch ProSieben das zeigt. Ach, das zeigt auch ProSieben. Aus welchem Grund holen sich denn Leute für Mandalorian Disney Plus, wenn auch ProSieben das zeigt? Also, wo ist denn der Sinn dahinter? Warum holt man sich dann Disney Plus? Also, das verstehe ich tatsächlich. Kevin, lösch dich. Aber ProSieben, ne? Hat ProSieben nicht nur eine Folge gezeigt? Ich glaube, das hat nur die erste Folge, oder? Stimmt, ich hab da auch immer was gelesen, halt, ne? Dass die die erste Folge irgendwie auch gezeigt haben, ne? Die erste Folge war von Disney Plus und Release. Ach so, okay. Zum Anfüttern halt. Okay, ich wollte schon sagen, ne? Wenn die jetzt alles gezeigt hätten... Schwierig. Dann würde ich mich halt fragen, warum soll ich das denn abonnieren, damit? So, komm ich da jetzt irgendwie durch, ohne die Kacke zu holen? Nicht bewegen. Okay. Klar, man zahlt die Spiele, kosten zu viel, ähm, dafür, dass man in zwei Wochen durch hat. Das stimmt. Deswegen bin ich im zweiten Gebiet, in Stream 5. Jetzt seh ich mich genau. Die wollten Heiß machen auf Disney Plus, deswegen haben die das ausgestrahlt. Also PR-Move, ja, ja. Ja, das stimmt schon. Das ist halt nicht so, nicht unclever. Wär jetzt irgendwie seltsam gewesen, hätten die uns alles gezeigt. Das kam jetzt noch ein bisschen rüber. Nicht unerfallen. Okay. Schreibt noch mehr aus wie in den Chat, oder ist das wieder ein Bug? Das ist wieder ein Bug schon. Also ja, es schreibt tatsächlich noch jemand. Also nicht nur einer. Siehst du anscheinend war halt echt nur noch dich, Kram hier, ne? Das Problem hatte ich halt auch das öfteren jetzt. Oder öfter mal. Markus hat's erwischt. Na ja, zur Not mal ein Neuladen, Markus, ne? Dann ist halt wieder die Frage, ob es halt überhaupt richtig neu lebt, oder ob es dann auch wieder nicht funktioniert. Jetzt komm ich da von oben rein. Oh, fuck. Okay, die Animation hab ich nicht gesehen. F für Markus. Nico, hast du mich safe? Nö. F für Markus. Gebt eure Punkte her. 19.000 Seelen. Uff. Wir brauchen echt irgendwie ein Schrein. Oh, fuck. Okay. Ah, ich wollte schon sagen, das war der Auslöser, aber das wär's jetzt, das wär ein bisschen zu einfach gewesen, wenn der das gewesen wäre. Das sah gerade so ein bisschen so aus, als ob die sich aufgelöst hatten. Markus, streng dich an. Du kannst, dann kannst du uns lesen. Du musst es nur wollen, Markus. Aber das ist halt super nervig halt, ne? Das ist halt super nervig halt, ne? Also es ist nicht mehr so schlimm wie am Donnerstag, scheinbar, ne? Die meisten können halt scheinbar irgendwie schreiben. Hoffe ich zumindest. Jenny, vielen Dank für den Hochst. Du hättest sie bekommen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich habe halt immer noch den Discord irgendwie offen. Da könnt ihr zu Nonnen auch irgendwie reinschreiben. Falls das nicht geht. Ist natürlich alles ein bisschen suboptimal. Aber falls es halt gar nicht, oder falls es halt gar nicht gehen sollte, naja, als Ausweichpunkt. Ich dachte gerade, ich hätte unendlich keine Nalpunkte. Dann stelle ich fest, dass ich offenbar der Streamer bin. Ich kenne das, Kalix. Ähm, das ist nicht so schlimm. Manchmal dauert es ein wenig, um sich selbst zu finden. Ich kenne das. Kalix, auch du wirst irgendwann hier sitzen können. Kein Ding. Da ist er. Irgendwas Dickes, das hier. Oh. Erstmal gegen die Wand schießen. So bin ich. Okay. Oh, du, du, du. Oh, da ist der Verschwörer. Nice. Okay, dann haben wir zumindest von dem jetzt Ruhe. So, kommst du her? Guck mal. Aber er hat mich schon mal vergessen, oder was? Ich bin hier. Ich habe halt ein bisschen Angst vor dem jetzt, ne? Oh, berechtigt. Oh, berechtigt. Ja, es wird alles schon wieder so anstrengend. Ich habe mir etwas angeschaut, was man für Platin machen muss. Ein paar nervige Sachen sind da schon dabei. Ja gut, das war ja bei Nioh 1 auch so, ne? Dass man so ein bisschen, ne? Nervige Sachen machen muss, ne? Oh, hallo, ich bin neu hier. Oh, hallo. Hallo, Herr Kader. Na? Wie geht's dir? Ist das ein Affe? Hallo, ich bin müde. Ja, ich auch. Ja, auch so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, woran das liegt, man. Weniger Bomben Schlafgas. Schlafgasbomben, so. Ah, Gott. Nice. Nein. Okay, das war halt mal nicht der Boss, ne? Zumindest können wir jetzt einen anderen Weg haben, ja? Das ist das Ding. Oh, schwierig, ey. Und WB ist hungry, äh, WB ist auch kopf. Irgendwann, Mensch. Was ist das denn? Ist das das Feed, das das hier ausfällt? Das ist ja schon hässlich, ne? Dann kommt mir die Zeitumstellung heute zugute, gar nix. Dann ist schon fast Bettchenzeit. Ja, tatsächlich, ne? Das ist, das ist halt das Ding. Du hast ja, ich bin halt schon so müde heute. Und dann wird mir noch eine Stunde geklaut. Früher schlafen und nicht League of Legends spielen. Das ist ja jetzt. Das ist Arbeit. Zumindest, wenn ich durchkriege, dass Kutscher-Meter die Arbeitszeit bezahlt. Oh Gott, was ist das denn? Okay, das ist das Vieh, was das hier auslöst, okay. Ähm. Gut, der Bug, der ist noch ein bisschen rum. Dann habe ich Zeit. Geistersteine zu fressen. Ab geht's. Okay, das sieht nicht gut aus. Muss ja echt ein bisschen auf die Fähigkeit warten, ne? Okay, das war so zu müssen. Nein. Oh Gott. Ich habe es auch noch verkackt. Passt es nicht. Okay, wir können hinten rein. Das ist das Positive, weil der Typ tot ist. Nein. Na, das geht so. Kommt nochmal an. Micke stirbt hier auch so oft. Genauso oft wie wir, wie Markus. Oder wie du. Ich glaube, man stirbt hat generell relativ viel, ne? Ich glaube, das ist so, ne? Wenn man gut spielt, auch wenn man gut spielt, stirbt man sehr oft. Das ist, das ist der Sinn, so ein Spiel, ne? Generell. Achso. Ich glaube, man stirbt halt generell sehr oft, weil die halt unfassbar viel unkontrollierbaren oder unvorhergesehenen Schaden machen, ne? Bei einem auch sehr hohen halt. Der hat uns jetzt mit der Attacke quasi basically gewonnen, ne? So. Gucken wir mal noch gedöhnen, siehör. Gib mir alles, was du hast. So. Ich habe meine Mumpels nicht geholt. Ich mag es eigentlich. Ich mag es eigentlich ganz gern. Also, mir gefällt es irgendwie doch besser als New 1. Muss ich sagen. Noch. Oh, hier ist es falsch. Das, was du machst, sieht etwa so aus wie mein erster Char. Den habe ich gelöscht noch schon. Mal gucken, ey. Mal gucken. Das ist halt die Frage. Ich habe jetzt, Alter, auch noch nicht so ultra in andere Streams reingeguckt. Und dann wirklich drauf geachtet, wie die das machen halt, ne? Ich habe nicht gesehen, wie du jetzt an zweiten Char irgendwie geskillt hast und so was. Ähm. Mal gucken. So ein Dude kann man doch irgendwie auch umskillen, oder nicht? Ich renne jetzt mal hier durch. Löscht Nico. Hast du gehört, Nico? Löscht dich. Merk schon. Also, Janik, spiele anständige. Was? Spiele anständige Spiele. Da geht's lang. Kann Nico löschen. Ich muss nur den Stecker ziehen. Ein Punkt der Regenkarnation. Ne, deswegen, ne? Das ist halt die Frage, ob wir das jetzt an der Stelle schon hinkriegen oder kriegen. Und was das alles zurücksetzt. Und daher mal gucken. Ich weiß es halt noch nicht. Ich weiß halt auch noch nicht so, was ich falsch mache. Oder wenn ich was falsch mache. Also, falsch ist immer so ein bisschen eh ein bisschen Ansichtssache so, oder? Ach, der lebt jetzt auch wieder. Okay, wir müssen doch da rein. Fuck, ey. Okay, dann rennen wir mal durch, ne? Ah, das ist hier hoch. Oh Gott, meine Seelen. Oh Gott, meine Seelen. Seelen hast du nicht verloren. Naja, Amrita, ja. Es gibt gewisse Regeln hier. Bei 10 Toten hat er die, hat er Playstation verboten. Das ist schon vorbei. Die Zeit ist vorbei. Unnaki, Jungunam. Jetzt willkommen. Weiß gar nicht. Müssen wir mal gucken, wie viel Tode wir haben. Da sind schon ein paar dazu. Paar in Paar. Wie viele Tode alle? Also, ich guck mal. Wir sind auf jeden Fall schon über 100. So viel kann ich verraten. 151. Naja, geht eigentlich, ne? Geht. Wie viele Monate hat er schon gesalt? Das wird einmal eingelöst. Dann habe ich die nächsten 10 Jahre keine Playstation. Keine Playstation 4. Kaufe man direkt die Playstation 5 dann, dann bin ich Feind aus dem Schneider. Das ist dann... Naja, man muss das aussie... Oh Gott! Oh, ich fahr schon wieder fast runter hier. Ich fahr schon wieder fast runter hier. Das macht ein halbes Jahr verboten. Es ist halt die Frage, ist das... Oh fuck. Ist es vielleicht... Besser ja hier lang zu laufen, ne? Ich fahr schon wieder fast runter. Oh Gott, er drückt's nicht rein. Natürlich, jetzt pulle ich ihn halt noch. Oh Gott, ist er jetzt rausgekommen? Nee. Ach Gott, ey. Oh. Die PS5 mit welchen Spielen? Das ist der Xbox-Joke. Eben wollte ich gerade sagen. Das ist... Die PS5 hat schon Spiele. Hoffentlich. Xbox hat basically eigentlich nur... Hellblade 2. Nope. Eigentlich. Würde ich jetzt brauchen. Und Madara, einen schönen guten Namen. Hast du dich umbenannt? Jetzt willkommen. Es geht eigentlich momentan ein bisschen mehr ab in Nioh 2. Es wird tatsächlich ein bisschen schwieriger. Es war am Anfang nicht so ultra schwer. Weswegen ich mich gefragt habe, wieso viele Leute irgendwie abgebrochen haben. Langsam wird es tatsächlich sehr, sehr schwer. Und noch gefällt es mir tatsächlich ganz gut. Aber ich bin auch noch nicht so ultra weit. Na, muss ich sagen. Deswegen... Ja, ich habe jetzt von vielen irgendwie gehört. Ja, hier... Es wird halt dann unfassbar schwer. Auch Nebenmissionen wären halt... Unfair schwer teilweise. Weil ihr halt ums viel Schaden machen und ums viel aushalten. Ähm, dann jetzt irgendwie Recycling sehr, sehr viel am Start ist. Ja, habe ich alles zwar schon teilweise gehabt. Weil das Recycling an Gegnern zumindest irgendwie... Stört mich aktuell noch nicht. Deswegen mir gefällt es tatsächlich noch ganz gut. Mal gucken halt, ne. Ich bin noch nicht sicher. Na, vielleicht kommt das irgendwann. Dieser Punkt. Vielleicht aber auch nicht. Ey, mein Loot. Mein Loot ist weg. Wer springt am Haun noch? Hier ist... Ziel... Die Ghost gab es auch noch. Sieht was B-Rival. Achso, es gab super viel. Zu PS4 Release gab es echt ein paar gute Knaller eigentlich. Famous Second Son war richtig gut. Und sah damals halt echt auch richtig krass aus. Aber das war... Da hat man halt gemerkt, das ist halt ein Exclusive-Titel. Auch wenn es halt ein Release-Titel in dem Fall war. Famous sah halt richtig krass aus. Ah, fuck. Oh, ich hab keine Heilung mehr. Perfekte Voraussetzung, diesen Boss hier zu töten. Schwierig jetzt, ey. Knack. Knack war... War Knack ein Release-Titel? Nicht, ne? Nee, oder? Weiß es nicht. Meinte mein Bruder auch. Das ist teilweise unverschwerbar. Ja, mal gucken halt. Noch geht's halt irgendwie. Und da... Es fängt so langsam irgendwie an. Doch war's. Krass. Okay. Knack eins? Ja, das kam früher aus, ne? Muss ich sagen. Ekloreich ein neuer IP. Ich weiß noch, wie wir in der Pressevorführung zu Knack eins saßen halt. Und der... Der Chef von Knack... Ich weiß nicht, wer das war. Hab ich vergessen. Ähm... Der hat dann so gesagt, er hat unser Spiel. Das waren halt alles nur Redakteure, die da waren. Mark Zöny. War das Mark Zöny? Ernsthaft? Okay. Ähm... Dann war das tatsächlich scheinbar Mark Zöny, der da gemeint hat, ey, unser Spiel. Das hat keine 30 FPS, das hat 45. Ah, war schwierig. Die Order war dann teilweise nach... Er war dann nachreleased. Ja, das war, glaube ich, Anfang 2014 oder sowas, ne? Meine ich. Habe ich irgendwas, was ich mir irgendwie reinschieben kann? Ich hätte halt auch ne... Ich bin halt auch bekloppt, ne Beschwörerkerze, ne? Ich hab vier Beschwörungskernzen. Wieso nehme ich die eigentlich nicht, wenn ich die... Bin aber manchmal dumm. Da hätte ich mir meine Seen halt nicht safen können. Ähm... Rullo Order 2. Äh, arbeiten die nicht doch irgendwie insgeheim an die Order 2? Ja, hier können wir rein. Okay. Ja. Okay. Diese Logik hat mich rausgebracht. Aber ja, Kader sagte so, so geheim kann es ja nicht sein. Aber das stimmt, ne? GoW war ja nicht so gut. GoW... GoW... Der neue... Reboot... Weiß ich nicht, wie man sowas nennt. Das war halt richtig gut, halt, ne? Knack 3, Order 2. Äh, Order... Die Order 2 würde ich schon feiern. Ich mochte... Ich mochte die Order 1. Tatsächlich ganz gern. Muss ich sagen. Es war halt ein bisschen kurz, ja? Aber das ist halt mein Penis auch. Hm, schwer. Traurig aber wahr. Ne, weiß ich nicht. Äh... Spielen oder Lesen. Nicht beides. Weil ich... Ich höre ja, Kader noch zuhören. Ah ja, Cover. Ne, warte mal. Was mache ich denn jetzt hier? Ich brauche halt... Wir sollten halt trotzdem auf... ...Lexierer halt weiterhin gehen, ne? Materialien bringt mir halt, glaube ich, nicht so ultra viel. Ich merke halt schon, dass ich gerade so ein bisschen... Ich meine, wie soll ich denn da durchkommen? Mit 8 Heilungen? Weiß ich nicht. Ich meine, wir gehen ja schon den... ...den wenig... ...den kürzeren Weg halt letztendlich. Aber selbst das war halt schwierig, ne? Bei mir läuft es immer so kurz bevor das Level... ...für das Level reicht, sterbe ich am Weg. Das Amrita wiederzuholen, sterbe ich natürlich immer... ...irgendwie immer wieder so dumm. Ich habe vorhin irgendwie auch wieder 40.000 Amrita verloren. Was halt für 2 Level gereicht hat, im Grunde. Aber ich habe halt auch die Beschwörungskerzen. Die nutze ich bloß nie in dem Moment, wo ich es dann verliere. Beziehungsweise, wo ich es eigentlich nicht verlieren wollen würde. Weil ich dann erst... ...ja... ...weil ich es dann zwischenzeitlich vergesse, dass ich diese Beschwörungskerzen habe. Weil... ...damit ich halt meinen... ...mein Geist zurückholen kann... ...und dementsprechend auch meine Seelen. Oder meine Amrita. Ne? Okay. Weil vielleicht liegt hier mal irgendwie einer weniger oder so. Ne? Okay, der wird jetzt nicht wieder plädikt. Ne, davon habe ich doch gesprochen. Ja, das ist doch viel besser jetzt. Alter, habe ich mich mit einem Stein abgeworfen? One Shot! Pass es nicht. The Order, es hat Sonys Version von Microsoft's Rise, Son of Rome. Sieht gut aus, aber bei den hier einfachsten... Naja, es hat eine coole... Also es hat... Okay, eine coole Story. Es ist immer so ein bisschen eine Ansichtssache. Ich moche die Story ganz gern, muss ich sagen. Weil ich sowas generell ganz gern mag. Rome... Ne, Rise, Son of Rome habe ich jetzt nicht gespielt. Es sah aber auch krass aus, ne? So wurde es nicht. Aber... The Order sah halt krass aus und war an sich auch ein okayes Spiel, ne? Du hast halt geballert so ein bisschen, war halt ein Deckungsshooter halt im Prinzip, ne? Mit ein bisschen Story und Werbeöfen. Ging halt sechs Stunden, glaube ich. Selbst wenn man sich Zeit gelassen hat, so sechs bis sieben Stunden, kann ich so sagen. Du hast länger gebraucht? Aber ich weiß halt nicht. Ich habe es halt damals irgendwie mit sechs bis sieben Stunden irgendwie bemessen. Acht Stunden, okay. Naja, acht Stunden, wenn man halt krass festhängt, ist halt schon relativ wenig eigentlich. Okay, ja, das geht jetzt wieder nicht. Du musst halt scheinbar wirklich auf den Stein aufpassen, ne? So als Gefahr habe ich den jetzt irgendwie nicht... Ich habe den nicht als Gefahr gesehen. Ich treffe halt sein Auge nicht, ne? Okay. Ach Gott, jetzt war ich zu greedy. Oh, ey. Das war Autobahn das Beste am Spiel. Ich mag mal Sony, äh, was? Ich sage mal Sony, äh, wenn ich nicht auf alles antworte oder sehe im Chat. Achso, sorry, nicht Sony. Hier kommt anscheinend nur die Hälfte der Nachrichten gerade durch. Ist halt ein bisschen schwieriger halt, ne? Ich versuche halt ein bisschen was vorzulesen oder zumindest irgendwie anders. Aber ja, sorry. Ja. Warum nicht mal so eine Kampagne fahren, irgendwie? Sorry. Delay Station 5. Oder so. Delay Station. Das ist gut, ja. Sorry. Delay Station 5. Mal verfallen sie es mal wieder später kommen. Mit dem kleinen Hunger für zwischendurch. Okay. Wir versuchen das nochmal, ne? Sony, I'm late. Hahaha. Das könnte halt wirklich zu einem Meme werden, wenn Sony sich irgendwie verkalkuliert. So, ne? Finde ich gut. Ach Gott, ne? Das war ja super armselig. Sorry, ist PlayStation 5. Willkommen im Chat. Ah, okay. Jetzt haben wir halt zweimal das Glück gehabt, dass es... das Vieh nicht gespawnt ist oder es gerufen hat. Ich bin nicht sicher, woran das festgemacht wird. Ob das Vieh nur zu gewissen Zeiten, Tageszeiten irgendwie spawnt oder so. Ja, das ist nämlich immer da, da hinten. Okay. Natürlich kommt er direkt angehackt hier. Okay. Okay. Oh, mein Gott. Dabei habe ich eigentlich das relativ früh erkannt und trotzdem nicht richtig gedrückt sein. Jetzt geht gleich wieder ein bisschen die Heilung flöten. Ich habe halt theoretisch auch noch meinen Geist ins Auge. Naja, das habe ich nicht getroffen so richtig. Das ist das Problem. Wenn der halt schon aggressiv ist, kann ich den nicht so richtig ins Auge treffen. Das schaffe ich nicht so. Jetzt wollen sie mich aber komplett... Oh, natürlich ist... Oh Gott. Jetzt ist auch noch so ein Sacker hier. Ach, kommst du hier rüber? Ja, okay. Scheiße. Jetzt ist die Frage, die spawnt der andere? Oh, das ist ja nicht. Das ist ja nicht, ne? Ah, fuck. Guts ich werde mir erst eine next gen holen dann wirklich zwei coole titel titel rauskommt ich hätte die schon zu release holen egal was kommt tatsächlich ich weiß nicht das ist halt so ein schon so ein fanboy ding eigentlich dass ich egal was passiert ich mir wahrscheinlich egal was hat am anfang kommt mir irgendwas holen sollte oder die konsole holen werde und mir irgendeines diese ersten spiele hole egal was es ist okay wenn jetzt sechs sportspiele kommen dann vielleicht doch nicht dann ist das was anderes aber dann verpassen sie hat auch nichts aber wenn ich das gott vollkommt das sieht hat auch interessant aus beispielsweise ich würde mir wahrscheinlich auch auch in den famous irgendwie holen wenn es neues geben würde oder informatis heißt das ja nennst immer ein famous tatsächlich wir machen eine kurze pause mir tut ein bisschen der arsch weh weil ich ja ganz schön auf den sack kriegen denkt ja ich kriege arsch versuch deswegen tut man der sack weh denkt man drüber nach macht euch was zu essen holen was zu trinken gleich geht es weiter mit neo 2 und dieser schönen neben ist jung das gleich das mache ich auch das haben wir gerade schon gehabt nehmen ich zeige euch mal wieder das ist nämlich lange her dass wir das gesehen haben bis gleich wenn ich jetzt wieder vier solche filmräume einsammeln muss dann schreie ich ich bin dargs uns profi ich bin dargs uns profi das wissen die wenigsten könnt ihr das bitte nicht knippen bitte obwohl recht schlampig gespielt hast nico es sind noch löcher offen achso schlampig genagelt achso nicht gespielt ich habe nur gewundert was verstehe ich nicht warum löcher warum habe ich denn schlampig gespielt und warum sind dann noch löcher offen das hat kurz gedauert ne nageln kann ich was das ist natürlich mal beliebt ich hab doch genau auf deinen dreckskopf gezielt oder auf den döner oder auf den döner tolle döner geschichte Pizza wäre jetzt toll Kaffee Kaffee habe ich oh ich kann mich noch wieder beleben hm 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 ich brauche noch eins nach unten nach unten das war nein jetzt ist es auch zu spät ach man was kann das jemand klippen das war doch nicht mal das war doch war das richtig die kummer genauso war das nicht so gut lieb eigentlich alter das war gar nicht so schlecht lange wird nico an der stelle schon drei stunden haben wir gleich gesessen ein paar sekunden später der erste karl und die stadt zu sehen der feine und ihr noch nicht wirklich feindlich ist kein geteinten zu bekommen der wunderschöne fucking vögel mann kann mich da jetzt nicht von vögeln hier fertig machen lassen schwierig mit vögeln habe ich das nicht so bloß nicht in die anderen dinger laufen obwohl ich habe im prinzip nicht geheizt mir geht es ja wieder gut hätte jetzt gern was knabbern da ich hab ich hab hier so komische eier also solche komischen waffel eier oh gott war ich noch nicht fertig du kannst die waffe da vor dir nehmen und ashley erschießen oder du erschießt dich selbst wer lieblich bleibt darf leben nur du entscheidest das ist wirklich lustig gewesen finde es sehr lustig ja auch nee ja 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 was soll ich sagen Klopapierlager ist nicht besser geworden Herzlich willkommen zurück Wie geht's euch? Ich hoffe ganz gut, schlammig genagelt und Löcher offen Sehr gute Kombi ohne Kontext Aber ich habe tatsächlich ein bisschen schlampig genagelt Das ist schon richtig Das stimmt schon So, wir probieren es erneut Aber ich muss mir neue Sachen kaufen Ich bin nach wie vor nicht sicher Wir müssen das irgendwie Anders angehen oder so Weiß ich noch nicht Es reißt mir so ein bisschen in den Arm auf Und ich bin da nicht so sicher Was wir dagegen machen Vielleicht muss ich mal irgendwie zum Morgen Mal bei Grinden gehen Beziehungsweise Auch mal bessere Ausrüstung mir holen Da haben wir so ein bisschen Das was halt gerade gefallen ist Haben wir halt genommen Aber nicht wirklich Und zusammengesucht Müssen wir mal gucken Der obere Eingang ist besser, Nico Du meinst hinten lang, oder was? Also da, wo ich gerade Das letzte Mal reingegangen bin Oder Meinst du, wo ich die ersten Male reingegangen bin? Was ist denn der obere Eingang? Das ist der obere Eingang, oder? Welche Stufe ist denn deine Waffe? Also 36 I guess Also ein bisschen unter dem Level von dem Beat hier? 36, ja Und ist jetzt bei 359 Okay, ja Das ist ein bisschen stärker geworden Nicht ultra viel Wir hatten vorher 3,50 Und ich glaube 8 Level jetzt mehr Und da sind halt nur 9 Schadenpunkte bei rumgesprungen Was nicht die Welt war, ne? Wir sind's glaube ich Generell auf 39 Das Level ist glaube ich ausgelegt Ich finde 41 Am Tengu vorbei Dann hinter den Musiker Okay Okay, diesmal hat es sogar geklappt Da vorbei zu kommen Okay Probieren wir mal Und Gesichtsaberkat Ein schönen Abend Kommt der hier hoch? Der kommt hier hoch? Oder war das ein neuer jetzt? Das ist ein neuer, oder? Der ist doch nicht hier hochgesprungen Nico, du lebst Ja, noch Noch Na Gestern nicht so Gestern war ich ein bisschen fertig Heute bin ich an sich auch ein bisschen fertig Tatsächlich Äh, ich bin ein bisschen sehr müde Als, weiß ich nicht Gestern halt auch schon Deswegen hab ich dann gesagt Ey Äh, ich weiß nicht woran es liegt halt Muss ich sagen Ich schneide halt irgendwie Gefühls Aber ich hab halt viel Schnitt Gezeugt Gezeugt Ja Hier Schnitt Schnitt Gezeugt Ich hab viel Schnitt irgendwie die letzten Tage irgendwie gemacht Und Das geht dann nochmal Rasant weiter Da halt irgendwie Dann bist du halt schon am Plan von dem neuen Liegen Auch wenn das nur so Erstmal durchgucken ist Und nicht so In Arbeit irgendwie ausradet Aber du musst dir halt schon Gedanken machen Dann Weiß nicht, ob dich das so ein bisschen schlaucht Dass du halt immer irgendwie Dass das vorige Video Irgendwie betrumpfen willst Dass mich das so ein bisschen auslaugt Aber Hm, eigentlich Nicht ganz sicher Er verliert seine Muttersprache Es geht los Nicht nur mein Skill ist weg Sondern auch die Muttersprache Was ist das hier? Oh, nee Okay Stein Und nie weg Ganz schön namens Jetzt willkommen Ich mag es, wenn gar nichts unter Druck steht Ich auch Ich war Ja, ich war gerade pinke Also Der Druck ist vorbei Richtig Ich treffe halt den Kopf nicht, ne? Jetzt habe ich keine Scheiße Jetzt habe ich keine Munition mehr Ja, da müssen wir so Arme nehmen, ne? Der Skill ist nur mit Tanzmarte da Nein, ich glaube es auch, ey Die habe ich halt leider nicht mitgenommen, ne? Die Frage ist halt Wie lange bleibe ich hier noch? Wie lange Ist noch, ne? Welt Corona Angesagt Dann hätte ich halt easy auch irgendwie meine Playstation mitnehmen können Weil ich nicht, wenn ich hier herfahre Nehme ich halt nicht immer so ultra viel mit Nee, deswegen Ich wollte ja nicht nur die hier einziehen Das ist halt das Ding Aber das konnte ja keiner ahnen Dass ich dann aus diesen zwei Wochen Dann doch ein bisschen mehr wird Konnte ja keiner ahnen Ah, fuck Das war zumindest jetzt schon mal besser Das war's Ich glaube es ist halt Nein, oh Gott ey, ich hätte es nicht jinxen dürfen ne, wieso mach ich das eigentlich immer nico für immer nix war es interessant werden das wird nicht funktionieren wenn du so lange bleiben würde es bis zu search 2 weiter mit tanzmater spielst du dich hatte vorhin bescheid sagen so ein zwei jahre werden ja das hält ja ich muss die liegestütze nachbauen das ist es hört 1 der search 2 mit tanzmater das ist ein bisschen schade eigentlich ich hätte das gerne weitergemacht aber das ist ich muss mich damit abfinden leider das ist mit tanzmater nicht so da hast du hat auch viel zu viele button teile das habe ich am anfang auch so ein bisschen unterschätzt im ersten stream habe ich das gemerkt dass ich dann ich habe da ein paar fähigkeiten ein paar sachen halt nicht bedacht hat irgendwie und dann habe ich im laufe des streams noch ein bisschen umgestellt und im zweiten stream war das dann doch deutlich besser aber das war halt auch nur der erste boss weiß nicht ob das dann tutorial boss halt trotzdem ist würde schon sagen auch wenn er ja ein bisschen was kann halt ne aber danach wird es halt immer härter und das ist halt leider nicht machbar das ist halt ein bisschen schade eigentlich landbohrn war da schon recht zu warm das konnte echt gut damit spielen ja da kann ich halt nicht rein oder den typen zu machen ok ganz schnell los 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 ok wenn ich ganz schnell vorbeirenne geht es dann geht es auch denkst du mir noch darum das dauert noch echt ewig ne das ist nicht einfach das dauert auch ein bisschen überhaupt wieder aufgeladen hat wenn man irgendwie den das key nicht zurück holt und das irgendwie verkackt dann dauern es halt schon echt ewig so da wäre noch einer gewesen hier muss ich lang ne das ist aber der trend im genre dass es immer mehr buttons und funktionen werden einfache 1 master reins allein zu blocken gibt es ja quasi nicht mehr stimmt schon noch du musst dann schon ein bisschen was neues reinbringen um dich irgendwie von barck zurzeit abzuheben das ist halt so das stimmt schon das ist auch gut so muss ja nicht aber was dann halt schade dass dann halt naja also was wie tanzmarte dann irgendwie ausfällt und tops und schönen namens jetzt willkommen ist dann halt nur ein bisschen schade ja den hatten wir jetzt eigentlich ganz gut gemacht frage ist ob ich denn jetzt wieder also noch mal so gut hinkriege irgendwie waren bei meiner geist dahinten liegt ja herzlichen glückwunsch ja herzlichen glückwunsch ja herzlichen glückwunsch dann muss ich los Sekiro ist doch L1 R1 ja Sekiro würde vielleicht gehen aber ne weiß ich nicht Sekiro schon eher das stimmt schon da hast du nicht so viele buttons eigentlich aber da hast du halt ne ja das ist okay dass das durch die Gebiete irgendwie junglen das ist dann glaube ich auch noch ein bisschen herausfordernd Gott ich krieg's nicht hin oh ok 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 da kommt jetzt ohne omnio und ninjutsu nicht wirklich gut voran ja ja weiß ich nicht das war ja in nioe 1 schon ganz gut eigentlich ne aber das hat irgendwie gelabelt haben wir theoretisch ja das sieht dann wieder nicht so und dann weil ich hier nicht so richtig wegkomme ich krieg es halt auch mit den konten karten das macht es nicht unbedingt einfacher geht da halt ohne heilung rein das ist halt der shit aber ich habe zumindest den ganz und joggobill auch den schönen guten abend jetzt bekommen hattest du star wars eigentlich durchgespielt oder steht das auf deiner liste nie das dauert habe ich nicht durchgespielt bisher das habe ich jetzt erstmal kata ausgeliehen das ist prinzipiell hier muss man sagen aber ich wollte es nicht weiter im stream spielen tatsächlich weil ich ja immer die gespielt haben er ist an sich nicht so schwer man kann den halten nur mit diesen rollen hat content prinzipiell wir hätten ja vorhin schon fast gehabt renntet einfach mal einfach mal weg rollen die vorhin schon richten das ist Da muss ich halt auch passen, ne? Gerade wenn ich jetzt gar keinen Lieben mehr hab. Okay, das ist neu. Okay, komm hier. Okay, da ist die Falte Riegelung. Warte kurz, ich gucke ob ich irgendwas kriege, warte, ich seh den Ripp kommen, ich auch. Ich auch. Habe ich genug Gedöns, um nochmal den Yokain zu rufen. Seelenstein. Ich bin bei uns so eine gewisse Zeit eine Anarika-Anzeige auf. Ich darf sie übrigens noch nicht nehmen, weil der Counter noch läuft. Ich bin halt auch im... Okay, wir warten mal. Wir warten mal. Und Kante, dir einen schönen guten Abend und mobs die Mauser auch dir. Herzlich willkommen. Wir haben die Foul-Tüte haben zwar mich nicht abgespeckt, aber des Tages sind auch OP erst Frank. Da kommen wir halt noch nicht hin, ne? Das müssen wir halt mal noch machen. So, ich nehme mal noch so ein Ding und dann geht das hoffentlich. Ja. Ich bin nicht sicher, was das ist. Vielleicht ist es das OP-ste Ding in Nioh, aber ja. Ich fahre euch jetzt mal durch, ne? Ich bin jetzt auch durch in Nioh. Nice. Das ging ja doch... Wie lange hast du jetzt von Release an durchgezockt, irgendwie kannte? Also, wie viel Spielzeit hast du? Ach, das ist... Okay, dann ist jetzt komplett wieder Resented. Hat aber wahrscheinlich, hoffentlich, noch das gleiche Leben, ne? Ja. Kommt aber natürlich nicht her. Naja. Sogar hundert Stunden mit Kodamas und Quellen suchen. Uff. Okay. Wir spielen das übrigens durch, bevor Resi 3 kommt, ne? Das wärst du aber noch kaum so. Okay, er ist tot. Oh Gott. Ich hab vergessen, wie ich mich zurückbeinen kann. Alter Vater, ey. Hatten hier grad gerade gesagt, er fässt Resi 3 nicht an, bis er in Nioh 2 durch ist. Ne, das hab ich nicht gesagt. Ah, und vielen Dank für das GG. Das ist... Das war eine schwere Geburt, ne? Die Missionen sind schon... ... bitter hart. Okay, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht durch irgendwas, ne? Hier ist noch eine Kiste und da ist wahrscheinlich das Ding drin, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Warte mal, wir können das mal... Okay, ich kann quasi nur noch looten hier. Äh, also wir können nicht mehr so wirklich sterben. Weil die Mission quasi abgeschlossen ist. Nice, nice. Und Müßtante auch, die ihr schon gut habt. Ah. Wie geht's dir? Weiß halt nicht, wo ich irgendwie hier Kisten hab liegen lassen oder so, ne? Kommen der Hauptmission, äh, hab ich schon gemacht. Und alle in dem Mission, wenn Nico das durchspielen will, hat er noch gut was vor sich? Ja, deswegen, ne? Aber es ist... Es ist ja... Bist du jetzt ein... Du bist jetzt immer noch mit... Oder wieder im dritten Gebiet halt, Markus, ne? Als du quasi neu ange... Oder den Charm neu erstellt hast, hast du... Bist du dem Punkt hingespielt, wo du abgebrochen hast, ne, oder? ...Wir Kräfer und sch Mesmer setzen, und ich mach noch über sich. 神acksventudeln sehen... Ach so, jetzt muss ich trotzdem... 알... Äh hier... ja... Okay... Raus da! Ah! Anfang zweites Gebietamt gebrochen, Neuer Charm. Anfang zweites Gebiet. Achso. Neuer Char, jetzt persönlich Anfang drittes. Achso, okay. Also quasi hier hast du das hast du jetzt quasi noch gemacht und dann hast du es demnächst jetzt abgebrochen an der Stelle quasi. Jetzt mache ich mich an alle Waffentypen meistern, also gerade Doppelklingen gemacht und jetzt kommt die dritte Waffe. Also willst du Platy machen, kannst du quasi. Viehberechnung. Oh, du bist es. Und das ist mein Aberkurs. Wunderbar. Die Perlen unter den Rahmen haben keine Kratzer abbekommen. Vielen Dank für deine Hilfe. Das Ding? Ach, das habe ich von Kami erhalten, als ich damals vom Oda-Clan verstoßen wurde. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich kann gut mit Zahlen umgehen. Und mit dem Aberkurs habe ich schon so manche Berechnung angestellt. Ich bin das Rückgrat meiner Familie. Da muss ich stets den Überblick behalten. Ha 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 ha. Hm, möchtest du mir etwas sagen? Nein. Hör zu. Wenn du eine Belohnung willst, dann finde ich schon etwas für dich. So, und jetzt verschwinde. Und denk dran, kein Wort an, äh, kein Wort darüber an Taoki Shiro. Ja, was kriege ich denn? Für eine Belohnung? Ich kriege ein Aberkurs. Was ist ein Aberkurs? Ach, das ist ein Rechenschieber. Ach so. Wer bräuchte. Ich habe keine Ahnung, was ein Aberkurs ist. Ich habe einen Taschenrechner. Wir hätten, Rechenschieber hatten wir auch, aber die hießen halt Rechenschieber, ne? Ich wusste nicht, dass das Aberkurs heißt. Bei uns im Osten hieß das Rechenschieber. Hast du deine Perlen auf dem Ding damit? Und später hatten wir halt, eh, Taschenrechner, ne? Lag nicht nur an den Doppelkling, sah halt so aus, äh, wie bei Niko. No front, aber, na, alles gut. Aber hab halt nur ein Viertel des Spiels benutzt. War am Streamen alles zu viel. Ja, das, das ging mir, Neo 1, tatsächlich, genau, genau so, ne? Ich habe auch nur ein Viertel des Spiels irgendwie genutzt. Äh, viele Mechaniken am Ende erstes Spiels gecheckt oder gar nicht. Ähm, weil du halt, du wirst halt zugebombt mit Informationen, mit Sachen und es ist sehr schwer, also es ist sehr schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Halt streamen und, ähm, wirklich das Spiel im Ganzen irgendwie zu fassen. Das merke ich halt auch. Ich nehme Magie. Ab geht's. In der Not skille ich irgendwann um. Ne? Aber gut, Markus hat Doppelkling. Okay, du spielst ja mittlerweile auch Geliefe, ne? Das hatte ich halt gesehen. Was hast du als Zweitwaffe genommen, Markus? Also, und nutzt du die? Weil du hast, glaube ich, nur die Geliefe gehabt, ne? Oder nur mit der Geliefe gespielt zumindest. Ohne. Okay, der mache ich ja auch so. Ich habe ja die Beile, aber die nutze ich halt im Grunde, im Grunde halt gar nicht. Die Level der Story wirken größer als in Neo 1, das würde ich meinen. Finde ich auch, ja. Also, das war ja nicht meine Hauptmission, das war eine Nebenmission gerade. Aber, Nebenmissionen als auch Hauptmissionen sind gefühlt irgendwie länger. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, im ersten Gebiet waren die prinzipiell länger, im zweiten Gebiet war jetzt die erste Hauptmission, ähm, nicht ganz so lang. Und daher mal gucken, wie es jetzt mit der zweiten Mission aussieht. Fürst Nubi Naga ist begierig darauf, seinen Einfluss in die nördlichen Regionen Minos auszuweiten. Ein strategisch wichtiges Gebiet, in dem Dosan eine Festung besitzt. Aber ohne Burg als sicheren Ausgangspunkt wäre es ausgesprochen schwierig, irgendeinen wirkungsvollen Angriff einzuleiten. Inseite wird jedoch nicht einfach da sitzen und zusehen, wie in seinem Territorium eine Burg gebaut wird. Aber keine Suche, ich habe eine Idee. Überlasten wir das. Idee. Okay. Und ich chatte gerade wirklich wieder allein. Sorry, unsichtbare Mitschatter. Ähm, achso, nee, ja, Kante hat gefragt, wegen der Doppelklinik, genau. Tut du tatsächlich keinen Bug? Das stimmt, ja. Also du hast jetzt eine Wall of Text oder eine Wall of Nachrichten alleine geschrieben. Von daher, das passt. Wenn du danach Kräutern und Morrigan jetzt siehst, dann passt alles. Du warst, mit der Geliefe wirst du keine Probleme mehr haben. Geliefe ist halt geil, ne? Geliefe macht halt echt auch Bock. Ich stehe immer noch auf meine Doppelkartane für Debuffs und die Geliefe dann für Damage. Oh, nope. Ah, okay, dann ist es immer noch Barilie. Oh, noch mal! Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Ich bin froh. Ich bin froh. Ich werde den Niemann auf den Niemann und meinen Geist geben. Das ist das, Herr Kahn. Ich werde das nicht verraten, Herr Kahn. Ich werde das nicht verraten, Herr Kahn. Ich werde das nicht verraten. Was ist das, Herr Kahn? Was ist das, Herr Kahn? Oh, ein Aquaman. Aquaman ist scheiß. Das ist halt wirklich Aquaman, ne? Was macht ein Aquaman in Nio? September 1566. Sunutama. Zusammen mit Aquaman. Da ist nun die erste Mission, ähm, der Beta vom November, ah ok, der mich halt auch nicht gespielt hat, ne? Die kenn ich halt auch nicht. Wann kommt denn das Level? Was ist denn der letzte die drüber? Okay. Sehr pragmatisch den Mann. Bart hat auch ein bisschen Zeit, ne? Und Tim, schönen guten Abend. Oh ja, wir haben ja nichts neues irgendwie gekriegt, ne? Brauchen wir nicht. Wir müssen halt neue Kodamas finden, weil das macht es halt schon irgendwie ein bisschen entspannt. der wird zumindest genügend Gedöns haben. Dann bist du grad zwei Hauptmissionen weiter. Na ok. Also dann, also bist du aktuell zwei Hauptmissionen weiter oder als du abgebrochen hast zwei Hauptmissionen weiter. Da sind wieder Ninja. Die sind halt super easy halt, ne? So Menschen stellen halt nicht so die Schwierigkeiten an, ne? Das sind halt alles Pfeifen. Naja, da müssen wir halt auch, wie gesagt, der hat Teile nicht mal an, ne? Was ist mit ihm? Wir müssen halt tatsächlich... Und zwar ein paar Gräberfarmen. Wie machst du das jetzt, Markus, eigentlich? Zwischen den Splits? Farmst du dann auch die Gräber so ein bisschen? Farmst du dein Level so ein bisschen hoch? Oder... Also was... Du hast ja irgendwie gestern, glaube ich, geschrieben, dass du jetzt irgendwie bis 37 gehockt hast und deinen Char so ein bisschen flott gemacht hast. Was machst du da am Speziellen? Genau, da kommen wir jetzt wieder zurück. Weil jetzt hatte ich mir halt auch überlegt, dass ich mal das irgendwie mache. Irgendwie dann so ein paar Gräber irgendwie farme. Ich gucke natürlich auch zwischendurch irgendwie drauf. Aber dass ich das dann so für mich auch nochmal ein bisschen mache. Weil jetzt beispielsweise nichts dabei war oder sowas. Und generell mal ein paar Level irgendwie reinballern. Kann ich ja dann noch eine Woche zuschauen. Ja, ich habe den ersten Char nur bis Ende Gebiet 1 gespielt. Achso, und mit dem zweiten... Achso, du bist jetzt quasi mit deinem aktuellen Char weiter. Okay. Ach, dann bist du gar nicht so ultra viel weiter, ne? Krass. Ich hatte jetzt echt gedacht, du bist halt schon deutlich weiter als ich. Weil ich komme mir halt so vor, als ob ich so arsch langsam spiele. Aber dann bist du halt genauso langsam, ne? Weil ich dachte halt, du wärst halt ultra viel weiter. So kam es mir halt immer so ein bisschen vor. Das ist jetzt schon arsch unübersichtlich, ne? Ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, wo ich bin. Oh Gott. Steck dein Ding rein. Ja, dann nicht. Was? Die Kräber mitnehmen? Äh, für Ausrüstung. Anders geht es gar nicht, um ein Set zu kommen. Ja, deswegen, ne? Also, nee. Ich meine, dass ich das auch zwischen den Streams halt irgendwie mache. Weil On-Stream eine Stunde Gräberfarmen will ich jetzt auch nicht, ne? Das meine ich. Ja. Ah. Wie das hier, ne? Also, es ist gefühlt leichter als in der Hauptmission gegen so einen Vogel. Weiß ich nicht. Ob das Einbildung ist oder ob die tatsächlich in der Hauptmission einfacher sind, ne? Strange. Wir haben im zweiten Char keine 8 Stunden. Achso, äh, nee, war ich mit dem ersten Char Ultra Zeit gerastet, habe 25 Stunden für Gebiet 1. Ja, kenn ich. Kenn ich. Habe ich auch super viel Zeit reingesteckt irgendwie geführt, ne? Wie gesagt, wir sind ja jetzt erst, das ist der zweite Stream, glaube ich, in Gebiet 2. Okay, sagen wir mal 15 Stunden in Gebiet 1, ne? Das ist vollkommen normal, ähm, dass man für eine Hauptmission mal 2, 3 Stunden braucht. Da sind die Boss-Trients nicht mal einberechnet. Äh, in Nio 2 schon, ne? In Nio 1 habe ich das kürzer in Erinnerung, oder? Aber trotzdem sind halt gefühlt irgendwie alle sehr viel schneller als ich. Also gefühlt halt so. Aber scheinbar ist es halt doch nicht so, ne? Der Markus jetzt auch nur... Der hat zwei Hauptmissionen irgendwie weiter ist, geht halt eigentlich. Hast du die Frage, auf die ich, äh, geantwortet oder gesehen, oder kam das an? Äh, von dem Spiel selbst droppt halt nix. Hab halt nur alles, äh, hab alles nur von den Gräbern, äh, das ist ein bisschen Rack vom Spiel. Okay. Alles nur von Gräbern. Und ich hab halt auch meine Haupt-, also meine Waffe, die ich jetzt hier hab, die hab ich jetzt super früh gefunden. Äh, auch von dem Grab. Und die war halt schon richtig krass. Ich hatte halt noch eine Level-1-Waffe. Das war, glaub ich, auch im... Der zweiten Mission oder sowas gefühlt. Weiß ich nicht. Super lang irgendwie mit einer Level-1-Waffe umgelaufen, bis ich dann die von dem Grab gefunden hab. Die halt auch noch sehr, sehr geil aussah. Meinte das davor. Achso, mit den 8 Stunden meinst du? Ja, aber da muss man sich, äh, bestimmte Materialien farben. Äh, mit dem Bodus von Kodamas aktivieren für mehr Drop-Chance. Ja, das stimmt, ne? Materialien, das ist halt die Frage. Materialien sind ja dann Crafting-Materialien gemeint, wahrscheinlich, ne? Okay. Achso. Warte mal, hab ich Kodama gespielt? Warte mal, hab ich noch. Weil ich grad schon wieder irgendwas gehört hab? Mhm, man findet eh mal was Besseres. Ähm, babababa. Also für eine normale Story durchspielen, braucht man wirklich nicht großartig farben oder schmieden. Das wird erst im NG-Plus wichtig. Hm. Lass mit dem Streamen nur noch Hauptmissionen, neben Missionen auf Streamen. Blaue Boys bespüren, rote Gräber alle mitnehmen. Äh, dann Sets zusammenstellen, umschmieden, Waffe hoch forgen. Okay. Nee, das kam halt nicht durch, weil der das vorher schon geschrieben hattest, ne? Ja, hm. Zumindest hab ich's nicht gesehen gehabt gerade. Ja, weiß nicht. Ich würd halt schon, äh, ganz gern, äh, jetzt bin ich hier wieder am Anfang, ne? Wow. Ich würd halt schon ganz gern noch die Nebenmissionen im Stream halt zeigen oder machen halt, ne? So nur Hauptstory im Stream weiß ich nicht. Aber wenn die halt irgendwann so unfassbar schwer werden, äh, die sind halt dann irgendwie nicht ultra lang, ne? Aber wenn man dann halt hundertmal irgendwie an so nem Trash-Mob dann quasi stirbt, ist es dann halt auch, naja, ist schwierig, ne? Kann ich halt schon verstehen. Aber Edge Plus hat ganz schön angezogen bei mir, weil ich mit einer anderen Waffe spiele, ohne umgeskillt zu haben. Jetzt hier hoch? Scheint so, ne? Hier hoch, glaub ich. Achso, ne, hier war ich auch schon. Ich mein, ich fall, wenn ich da runtergebe, mir tot. Wo muss ich denn hin, ey? Schwierig. Da hin vielleicht. Aber hier bin ich halt auch, hier geht's auch nicht lang, ne? Boah, das macht mir jetzt schon wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. So, hier hab ich ein Vogel getübt. Da nach links. Ah, ok, genau, hier war ich vorne nicht. Also in den kommenden zwei Hauptmussionen bin ich ein paar Mal im Level gestorben. Weniger bei den Endbossen, äh, bei den Nebenmissionen hab ich Toll gefarmt und bin fast gezählt. Ach Gott, das ist ja noch so viel. Ach Gott, ist ja noch so viel. Das war's für heute. Oh, das war das Ding schon, okay. Der ist ja schon fast irgendwie, ne, du machst die Nebenmission und dann machst du die Hauptmission und dann denkst du dir, du spielst ein anderes Spiel irgendwie, du bist plötzlich überlevelt so. Also, ne, vorher die Nebenmission gemacht, die zwei Level unter dem, der Hauptmission fragt, halt schon ein bisschen komisch gebalanced halt, ne. Also, so die Levelanzeige, da darf man sich scheinbar nicht so ultra drauf verlassen halt, ne. Also, war aber Neo 1 auch schon so, dass sie da nicht so das Händchen irgendwie für hatten, um da das richtige Level dran zu schreiben. Oh Gott. Oh, okay. Ohne Witz, gibt's noch andere Gegner? Das ist schlimmer als in Teil 1. Ja, wir hatten jetzt andere Gegner heute auch, ne. Also, den Gegner hatten wir zweimal halt. Erst. Aber es gab jetzt auch viele Menschen halt. Der war jetzt halt noch nicht so oft genutzt. Genau, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Okay. Hier kann ich... den Shortcut aufmachen. Ah, okay. Ich hab noch ganz flott, äh, Umskin rentiert sich, äh, nicht für die Meisterstufe es jetzt. Die Meisterstufen? Meinst, meinst du dit hier? Die Teile hier oder was? Oder wat meinst du genau? Kanso. Qual der Wahl, wo man Entscheidungen im Nachhinein wieder bereut. Und ich mag auch alle Waffen, außer den Hammer Großaxe. Großaxe hab ich halt in der Beta gespielt. Das mochte ich ganz gern eigentlich. Das war ganz cool. Hm, da geht's ja runter. Ah, die Schlangen, ne. Die hasse ich halt wie Hund. Davon brauchen sie gar nicht mehr einbauen. Eine Schlange hatte ich genug hier irgendwie. Oh Gott, nein. Hätte vielleicht doch mal zurückgehen sollen, ne? Der Strahlen wird da auch immer kürzer. Ah, jetzt war ich zu spielen. Jetzt sieht's wieder noch ein bisschen langer aus. Geh mal auf Status und drück ein paar Mal R1. Da findest du das mit den Meisterstufen. Status? Was? Du kannst deine Fähigkeitspunkte und deine Beherrschungsstufen prüfen. Erhöhst du deine Beherrschung, steigt die Stufe und erhältst Fähigkeitspunkte. Beherrschung steigt basierend auf den folgenden Faktoren. Waffenfähigkeit, benutze der entsprechenden Waffenkampf, Ninja- und Omniomagiefähigkeit, Benutzung von Jutsu-Gegenständen. Meta-Mauf-Fähigkeiten werden nicht durch Beherrschung erhöht, sondern durch den Erhalt von Siebenfragmenten. Siebenfragmente erhältst du, wenn du einen Siebenkern reinigst oder Ruhe-Rituale ausführst. Was? Meisterstufe. Offensichtlich spiel ich mit Gläfe, bei dem ich Stufe 17. Okay, also Waffe wechseln ist halt schwierig dann. Aber Omenskill an sich ist dann nicht das Problem, weil ich dann ja weiter mit Gläfe spielen möchte. So muss ich ja nicht. Okay, das ist neu. Das musste ich gar nicht. Kevin, komm gut in den Abend. Vielen Dank fürs Reinschauen. Brauchst du weder Waffe für 120.000 Punkte für eine Trauphäre? Okay. Man braucht für alle Dojo-Missionen gewisse Erfahrungen mit jeder Waffe. Das heißt, zum Beispiel, ich habe jetzt MG-Plus-2-Missionen gemacht, um die Doppelklingen zu meistern für die Dojo-Anforderungen. Muss man mit jeder anderen Waffe machen, aber geht aber ganz flott. Wie gesagt, zwei Missionen. Krass. Musste man sowas ähnliches? Oh Gott. Kann ich auch in Mio 1 machen irgendwie? Oder vertausche ich das irgendwie gerade? Hätte mich heilen sollen. Hätte nochmal an den Kack schreien gesollt. Der Kack schreien. Das ist auch das Klo. Hätte vorher nochmal aufs Klo gehen sollen. Das habe ich geahnt. Ja, das war ein bisschen klar. In Mio 1 muss man das auch machen. Ja, ich kann mich dann dunkel daran erinnern tatsächlich in Mio 1. Aber ich habe das nicht so exzessiv gespielt. Aber mir sagte das halt irgendwie was. Oder mich hat das irgendwie... Was? Warum ist denn der Schrein wieder zu? Was? Ich habe das da aufgemacht. Oder bin ich bescheuert? Träum nicht irgendwie Sachen. Bin ich schon im Tagtraum oder was? Jetzt habe ich auch zu wenig... Sex hier. Du warst nach einer anderen Schleuse. Da war auch ein Schrein, ne? War da trotzdem ein Schrein? Ich weine beim Ja. Da war trotzdem ein Schrein. Ich bin nicht rangegangen, ne? Ich bin halt... Schon ein bisschen... Ein Vollidiot, ne? Wow. Ich bin ja aus der Ecke. Yep. Yep. Ja, bist du schon. Okay. In deinem Kopf. Räulchen. Was ich noch nicht herausgefunden habe. Dinge steigen durch Benutzung. Aber wenn ein Buff-Auftrag hier im Schrein Reset in die Punkte schau, erhöht sich nichts. Muss man damit Gegner killen? Ja, zählt nur mit Feind-Aggro. Ah, okay. Also kannst du nicht cheaten, quasi. Kannst nicht irgendwie tausendmal drauf machen und dann... Hast du das Gedöns. Sondern das Spiel möchte schon, dass du das wirklich machst. An sich ganz gut, eigentlich, ne? Aber... Naja, bei der dritten, vierten Buffer dann wahrscheinlich auch ein bisschen nervig. Jut, dann machen wir hier, glaube ich, ne? Wir sind da schon wieder ein Vogel. Warte mal. Welchen Schrein habe ich denn... Ich habe den Schrein da aufgemacht, ne? Warum ist da jetzt schon wieder ein Vogel? Oh, da war ich ein bisschen zu greedy. Ein bisschen zu greedy. Ich bin aber echt müde, ne? Meine Reaktionen sind heute ein bisschen... Bisschen long. Ich habe mir jetzt mal einen Trophy Guide angeguckt. Sieht alles entspannt aus, zum Platinieren. Ja, entspannt wahrscheinlich schon. Das hat ein bisschen Farmereiheit, aber das hast du halt... Ja, das hast du, glaube ich, ein Lebenspiel halt, ne? Also, du zieh mich ein Lebenspiel. Oder halt irgendwie Platin machst. Hast du immer mal so einen kleinen, nervigen Teil, den du halt machen musst. Das war ein bisschen... Ich habe nicht so viele Platin-Trophies, aber das hast du eigentlich fast die im Spiel bisher gehabt. Geht schon. Gehst du in den Schrein, wo ein Gegner in der Nähe immer dorthin... Die Waffe finde ich... Achso, es reicht, wenn du die Akku hast, dann... Du musst sie nicht unbedingt töten. Herz in Not kannst du auch nur einen töten, ne? Dann hast du es ja trotzdem irgendwie. Du spielst heute super unkonzentriert, Nico. Du tankst wie ein Baby. Ja, es stimmt schon, ne? Das liegt aber so ein bisschen, weil ich halt echt... Ähm, ein bisschen... Ein bisschen sehr müde bin. Den ganzen Tag auch schon. Na ja, das ist halt das Ding. Deswegen fresse ich tatsächlich sehr, sehr viel. Und blocke nicht im richtigen Moment. Das ist halt so ein bisschen... Aber es liegt auch ein bisschen an den Vögeln. Die sind halt echt krank. Ach, ich hab's gar nicht. Ich hab geheilt, ey. Ach, Gott, ey. Es gibt noch im Bild einen Joker, aber wenn es so schwer werden sollte. Der kennt ihr alle. CD durchbrechen. Nicht sicher. Nicht sicher. Ich hab noch nichts gefunden, um die Waffen schnell zu leveln. Aber was ist der Trick, um das es einfacher wird? Das verstehe ich nicht. Also mir fällt da tatsächlich nichts ein. Das ist der Trick. Im NG Plus geht es schneller. Ach, das ist der Trick schon. Okay. Aber er kriegt auch ordentlich aufs Maul, äh... Weil du dir nicht die Mühe machst, um das gehen. Gibt es eigentlich in Nionsmalen auch sowas, wie ich das, ähm... Boah, wie hieß denn das, ne? Also... Auch dieser NG Plus Namen hat irgendwie. Na, vaut hier gar nichts. Ach so, okay. Ja, okay. Ja. Den hab ich noch nicht freigeschaltet. Ich dachte, du meinst ja vielleicht was anderes. Okay, wir müssen den hier... Ach, Gott. Und sieh mal. Vielen, vielen Dank für den Nost. Es ist willkommen. Und die U2. Ein bisschen unkonzentriert heute. Ein bisschen müde. Aber das sieht halt auch nicht leichter aus als sonst. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Was gab's bei euch? Ich weiß, es war der Ori. Auch Nioh hast du gespielt. Okay. Ich höre aus der Rü. So, auch Nioh gespielt hast. Schönen guten Abend. Wie weit bist du denn eigentlich? Sollte man nicht benutzen, äh, wenn möglich ist es einfach zu OP? Scheiße. Aber warum? Ja, okay. Ich finde V2 was nutzlos. Der war im ersten Teil stärker. Ori beendet und Nioh 2 auch. Ich glaube, ich bin noch recht am Anfang. Äh, zweites Kapitel. Irgendwie fern wir doch mal am Anfang vom zweiten Kapitel. Das ist, was ist denn das zweite Kapitel hier? Zweite Map? Bist du auf der zweiten Map? Wahrscheinlich, ne? Ich bin ja auch relativ am Anfang der zweiten Map. Ich bin der zweiten Mission der zweiten Map. Jetzt habe ich vergessen. Wo bin ich denn lang gelaufen? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich bin hier runter gelaufen. Wo habe ich denn diese Schleuse aufgemacht? Wenn dann doch nicht hier. Bin ich dann vorhin lang gelaufen, ey. Ne, das war hier drin, ne? Ich hätte den Vogel gar nicht machen müssen, ne? Nein, nein. Und Ghost Dragon. Schönen guten Abend. Jetzt, willkommen. Dann bin ich etwas weiter als du. Selbst Dema ist weiter als ich. Und Sima hat echt später angefangen. Ich glaube, du hast später angefangen. Okay, das war offensichtlich doch... Wir rennen da jetzt durch, ne? Das war tatsächlich das falsche Ding. Ich bin komplett verwirrt. Jetzt bin ich ja wieder hier. Ich bin... Okay. Das ist halt der Weg, den ich eigentlich zurücklaufen wollte gerade, ne? Er wird gerade umsonst zweimal irgendwie an diesem... viel in meine Sehnen. Nur um dann herauszufinden, dass es doch der gleiche Weg ist. Ich komme halt nicht mehr zum Heilen, ne? Ich gehe da rein, werde von hinten attackiert und komme nicht zum Heilen. Wenn ich nicht antworte, ich sehe euch nicht. Ich habe mehr Willkommen im Chat als alles andere. Ja, das Chat ist heute echt noch ein bisschen... bisschen tricky, ne? Die Trash-Mobs machen mir mehr Probleme als die Bosse, ja. Das ist halt tatsächlich so, halt, ne? Naja, man sieht das halt irgendwie, ne? Ein Trash-Mob... Okay, ich laufe jetzt hier gerade halt durch. Aber ein Trash-Mob kann dir halt mitunter fast mehr Probleme machen, ne? Also gerade die Hauptmission. Vorhin hat zwei Hauptmissionen gespielt. Das ist jetzt eine... Äh, zwei Nebenmissionen. Das ist jetzt eine Hauptmission. Okay, ich bin ein bisschen unkonzentriert heute, ne? Das liegt dann so ein bisschen an Mülligkeit und allem. Aber die... Nebenmissionen waren halt echt... schwer as fuck. Die halten halt auch mehr aus. Bitterweil, ne? Weiß ich nicht. So. Ja, hier ist das. Okay, hier ist... Oh, ich bin halt... Da ist ein neuer Schrein, ne? Warum bin ich denn eigentlich so bekloppt gewesen und bin hier nicht langgelaufen? Uff, ey. Wart's ab, zieh noch an. Geil. Ah, und sieh mal. Kommt gut in den Abends, ne? Kommt gut in Spence. Vielen, vielen Dank für's mit Host. Mach dir ein schönes Wochenende. Ah, jetzt geht's da hoch. Wir haben halt ein Kodama am Zählen. Das ist halt... Ich weiß aber auch nicht, ob ich in dem Wald alles gesehen habe, ne? Weil der Wald relativ gleich aussieht. Hier ist auch nochmal eine Schleuse. Okay. Ne, das sah halt vorhin hier so aus. Also, als ich die Schleuse hier aufgemacht habe, sah das so aus wie der Anfang sozusagen. Dann bin ich da halt extra nicht langgelaufen, weil ich halt... Ja. Hätte ich mal. Hätte ich mal. Okay, das ist wieder so ein Affe. Linkenklang. Noch mehr. Irgendwas Großes hat mich noch gehittet. Ach, da war's. Okay. Komm mir nicht weg. Okay. Komm mir nicht weg. Alter Vater. Hast du eigentlich schon mal was von den Yo-Kai-Kernen gemacht? Hier hochgelevelt. Erhöhen deinen Schaden, äh... Dein Angriff, Verteidigung, Passiv. Zieht das auf alle meine... Also, zieht das quasi auf meine normale Form oder wird dann nur mein Yo-Kai-Schaden höher? Das habe ich mich halt immer gefragt. Ich weiß es nicht. Was da halt im Prinzip, ähm... Ja, höher wird. Ja. Ob das halt wirklich... Ich sehe halt die Zahlen, die da höher steigen. Ja. Und da achte ich quasi auch drauf. Ich habe nichts hochgelevelt bisher, aber ich habe immer so, dass Ausgerüstet und Ungerüstet sind. Ähm... Damit die Zahlen halt, ja... Relativ weit nach oben gehen. Aber ich war halt nie wirklich bewusst, was da wirklich hochgeht. Na ja, ob da mal ein ganz normaler Gliedenschaden halt auch hochgeht oder ob das mein Yo-Kai-Schaden ist. Okay. In den falschen Momenten durchatmen. Kann tödlich sein. Passiv auch. Ähm... Weiß ich nicht, äh. Weil du auch einen Kern ausgerüstet hast. Äh... Weil du auch nur einen Kern ausgerüstet hast. Ja, ich habe... Stimmt, ich habe meinen, ähm... Ja, zweiten Kern nämlich vorhin geopfert. Stimmt, du sagst was. Ich habe mir das vorhin schon... Ist mir das aufgefallen. Aber da war ich mir halt nach wie vor nicht sicher. Da. Wie komme ich jetzt in das andere Menü, ist die Frage, ne? Das war halt wieder so ein Ding. Ne, ja, nicht da. Seinfusionen wäre halt auch mal eine Möglichkeit, ne? Was ist das? Das ist halt so ein... So ein Schlabbel. Das habe ich von dem... Großen Vieh hier. Achso, Seinfusionen kann ich nur mit... Viechern machen, äh... Die sich halt häufig... Also, ne? Wo ich die halt schon mal hab, quasi. Die kann ich dann nur aufleveln. Das heißt, da müsste er angezeigt werden. Ja. Irgendwas bringt mir das. Er hat ja dann trotzdem ein Level 33, ne? Ja. Da verstehe ich halt nicht... Segenkernrang 2 ist es dann. Und wenn er dann die Leiste voll hat, wird er dann stärker, oder was? Das verstehe ich halt auch noch nicht so richtig, ne? Laut Charscreen und normale Schadenverteidigung. Okay. Dann mach ich immer höher plus niedriger fertig. Und das bis Stufe 9. Okay. Hm. Na ja, muss ich mir mal angucken. Ich bin mir dann halt nach wie vor... Oder ich bin mir da nicht sicher, welches... Welchen Seenkern ich nehmen soll. Also, ob mir da eine Fähigkeit gefällt. Ob ich da mich eher auf sowas konzentrieren soll. Oder ob ich was nehmen soll, was stark ist. Und mich anfreunden muss halt damit, ne? Weil der Stunt zum Beispiel von der Schlange ist halt auch sehr stark. Wenn ich den halt häufig mal nutzen würde. Na, das ist auch so ein Ding. Das ist halt auch ganz krass, glaube ich, ne? Warte mal, den packe ich mal rein. Was war denn das? Von allen Schutzgassen entfernen. Ich möchte halt ehrlich gesagt in das andere Menü, was wir da hatten. Wo mir das Ding halt links angezeigt wird. Weil... Weil so muss ich halt die Dinge anwählen und sie kann die halt nicht komplett durchschauen. Angriffe hat mir geil. Da bin ich mir halt nicht sicher, welches Menü das war. Das ist halt in dieser Seen... Wenn du halt neue Seenkerne bekommen hast. Ne? Dann am... Am Schreiben werden dir dann angezeigt. Und dann konntest du halt komplett deine Seenkerne durchschalten. Dann siehst du halt direkt rechts, ähm... Ob es jetzt hoch oder runter geht, halt Angriff und Verteidigung. Da kannst du halt durchschauen. Du musst nicht jedes Mal diesen, äh... Phantom oder diesen Geist halt anklicken. Also den Seenkern anklicken, dann den Geist anklicken. Da wäre halt das andere Menü halt deutlich, deutlich besser halt. Würde halt mal komplett auf Schaden gehen, halt, ne? Okay, die niedrigen Level, die werden jetzt wahrscheinlich nicht besser sein. So, was habe ich jetzt hier drin? Den Waikur? Ne, den Weira, so. Und da habe ich wahrscheinlich auch keinen, ne? Ah, doch, da habe ich einen. Dann würde ich den jetzt auch nochmal reinballern hier, ne? Also kann man es zumindest mal machen, irgendwie, ne? Den habe ich, äh, warte mal, äh... Den habe ich, weil ich viel in der hohen Stance spiele. Mit der, echt, mit der Glyphe spielst du in der hohen Stance relativ viel. Das ist mir halt echt ein bisschen zu langsam. Das ist gegen Yooki an sich ganz stark, aber da muss man halt schon so ein bisschen aufpassen, wann man halt da wirklich angreift. Achtet auch etwas auf die Attribute, was die haben. Wäre vom Vorteil, äh, die zu deinem Stil passen. Das geht über Schutzgeist wechseln besser. Aber Schutzgeist, okay. Dann ist es vielleicht das Menü, was ich meine, halt, ne? Das ist halt ein bisschen, ein bisschen strange. Dass ich in das Menü halt nur komme, wenn ich einen Seelenkern unterwegs finde. Oh Gott. Was? Warum läuft der jetzt? Was, wie ist der jetzt mit mir verbündet? Nee, mach mal nicht. Die mal weg. Weil ich den jetzt runtergepullt hab, oder was? Kommt jetzt halt echt mit, ne? Das ist ein bisschen lame. Der macht aber auch ein bummschen Schaden. Okay, so, hier sind wir gestorben, ne? Okay, da sind wir rein. Nee, das ist von einem normaler Youkai. Oh Gott. Das ist jetzt ein bisschen lame, dass er jetzt irgendwie nicht macht. Er kann das aber nicht blocken, ne? Wie Gott, Ackermann, gewonnen. Ja, aber ich, wahrscheinlich, weil ich hat den Typen, dass er den Joker nach oben gezogen hat, und der sich dachte, ey, doch auch noch mal mit einem Mann, Mensch. Oh, Nadine, komm doch ins Bett, ne? Vielen Dank fürs Reinschauen. Weil der tankt den jetzt quasi komplett weg, so gefühlt. Oh, fuck, ey. Geh, bitte. Ackermann, geh in dein Wasser. Möchte dich nicht. Hat aber auch ein super, was? Hat aber auch ein guter Superhold sein kann. Zwei Heidungen. Okay, hier können wir nicht durch. Aber hier können wir wahrscheinlich auf die andere Seite zum neuen Schleuse, ne? Jetzt renn da nicht wieder hin. Der kämpft jetzt mit irgendwelchen Viechern hier, ne? Keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht kann ich einfach weglaufen. Lundenschloss, okay. Achso, du bist tot, oder was? Oh. Warte, ich geh erst mal hier lang. Ach, da ist noch ein Yokai-Gedöns. Okay. Ne, jetzt hat er sich wiederholt. Ich dachte, da ist jetzt zwar immer Rib dann drehen. Genau, hier ist das andere Ding. Okay, das können wir ganz gut gebrauchen, tatsächlich. Ich will dann folgend nicht greedy werden. Na ja, an Greed liegt das heute tatsächlich nicht. Das ist so ein bisschen... Du musst schon irgendwie sehr viel blocken und Hass nicht gesehen machen. Das liegt so ein bisschen an der Müdigkeit, ne? Ich hoffe, das merkt man nicht so ultra, also, ja? Aber wir machen auch nicht mehr so ultra lang. Das mache ich echt... Weil ich ein bisschen am Arsch bin. Nicht sicher, woran ich bin. Ich esse sehr gesund. Vielleicht, ja, das vielleicht, weil... Weil Kada sich den halben Kaffee über den Bauch gekippt hat und ich den heute nicht trinken konnte. Kada hat mir heute früh Kaffee gekocht. Und wir haben so eine... Oder sie hat eine French Press. Hier, ja. Sie hat eine French Press und muss halt draufdrücken und den Kaffee irgendwann runterdrücken, ne? Machst den Kaffee halt rein, machst also Kaffee-Pulver rein, gießt das Wasser auf und musst es dann halt runterdrücken. Und sie hat es ein bisschen zu voll gemacht oder zu schnell runtergedrückt. Oder es war... Okay, es war zu voll, sagt sie. Kann halt manchmal beides auch sein. Und sie stand halt genau davor und hat es dann sich teilweise auf den Bauch gekippt und hat es gut was verbrannt. Das ist halt so das Ding gewesen. Hohes Dance geht voll klar mit Kie-Impuls. Nee, es geht mir jetzt nicht unbedingt darum, was die halt an Kie halt irgendwie gebraucht. Der ist jetzt immer noch da, ne? Das ist halt... Ja, okay. Das geht mir halt eher darum, dass es halt zu langsam ist, halt, ne? Ja, ich brauche Aquament. Okay, nichts... Da ist ein Kudama. Oha, der hat... Achso, nee, das ist ein blauer Scheiße. Achso, das wäre von dem roten, der da vorne lag. Das wäre ganz geil gewesen. Okay, da drüben ist halt ein Kudama. Ah, da ist noch ein Kudama. Ah, da ist noch ein Kudama. Ah... Ja, wir kriegen den halt nicht so richtig, ne? Okay, drei Pfeiler, damit geht's schon ein bisschen besser. Ach, Gott. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Mag so langsam sein, aber da verballerst du die Laster von den dicken Jokern recht schnell runter. Das stimmt, ja. Das ist halt, du musst dann treffen halt, ne? Darum geht's mir halt. Ja, das ist halt... Die Attacke ist halt schon ganz geil, aber die kommt halt nicht so richtig durch. Aber zumindest habe ich das bisher noch nicht so gut irgendwie hingekriegt. Mit dem Viereck-Angriff kannst du's halt auch machen, aber... Das ist halt nicht unbedingt einfacher. Oh Gott, das war ein bisschen knapp, ey. Uff, okay, das war sogar das Vier. Nice. Okay, das hab ich gar nicht gesehen. Oh, da ist noch ein Affe. Aber da ist ein Jokain drin. Äh, ein Kondama. Little Jewels. Vielen Dank für den Follow. Jetzt bekommen wir uns. Ja, es ist halt ein bisschen... Ein bisschen Blame, dass er... Okay, er stirbt zumindest echt oft. Aber es ist trotzdem Blame, dass er jetzt irgendwie da... Rumpallert. Der liegt jetzt schon wieder. Ach, das war's nicht. Okay. Okay, erstmal abschneiden. Brauche Heilung. Da ist ein... Ach, hier sind jetzt super viele Kondamas. Kross. Direkt drei Stück mehr Umgebung. Oh, hier hinten. Der zweite tatsächlich erst, ne? Wo hat Nico eigentlich seinen Geist verloren? Weil er macht das Level ohne Geist. Was nix für die Aufladung bringt. Das stimmt schon, ne? Ich weiß auch nicht, wo der ist. Der hat Feierabend. Ähm, ich hol mal... Du hast recht, ne? Das ist eigentlich dumm. Ich mach mal die Beschwörungskerze, weil... Kann man tatsächlich auch mal ausgeben. Weil ich sonst halt eh immer vergesse, die Beschwörungskerzen zu nehmen. Wenn es wirklich mal drauf ankommt und wichtig ist. Nehme ich die jetzt einfach mal jetzt. Ich würde ganz gerne diese Sensor probieren. Achso, kann ich nicht, weil ich... Ne, doch, jetzt kann ich es. Okay. Ach, ne, ich trau mich nicht. Ich hab halt auch keine Heilung, ne? Das ist halt das Problem. Ich habe halt auch keine Heilung. So, hier sind noch zwei Kudawas. Also entweder im Haus. Ja, hier irgendwie, ne? Oder über mir. Klingt's. Oder sieht auch so aus, als wäre es über mir. Irgendwas ist runtergefallen. Okay. Das ist aber auch nicht, ne? Kann das sein? Ich stehe halt im... Oder der ist halt hier draußen, ja, ne? Das kann halt auch sein. Man kann halt so schlecht durchgucken. Na gut, dann mag der vielleicht draußen sein. Das wäre auch wahrscheinlich zu viel, wenn jetzt in dem Haus zwei sind. Nein, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ich weiß wo. Draußen. Oder da. Warte mal, da hat auch was gesehen. Ich hab mich kurz ablenken lassen. Oh, das Ackerman, geh weg. Nee, doch nicht. Okay. Hier ist einer. Okay. 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 Ich kann ja auch nicht runterlaufen. Naja, hier kann ich mich runterfahren lassen, ne? Okay. Da geht's nicht lang? Hier auch nicht. Also weiter runter, oder was? Ja. Nicht runter. Auch da ist er. Also einer zumindest. Komm. Ich hab Angst, hier runterzufallen. Was? Ach, Katze. Kommen sie mit. Oh, Katze. Schönen guten Abend. Jetzt, ihr Kopf. Ach, fuck ey. Ach, Nico. Das ist halt, ne? Da kann man, ich glaube, da kann man nicht langlaufen. Das war sehr schwer. Willkommen in der nicht so offenen Welt von die und zwei. Die nicht so offenen Dächer. Wo kleine Balken den Weg versperren. Ja, das ist halt so ein bisschen... In Darksuit hast du das aber auch. Ich komm ja nicht mehr raus, ne? Ich komm ja nicht mehr raus, ne? Ich bin ja für immer gefangen. Juni-Bogen. Hier, noch eine Katze. Oder ist das meine? Okay, das ist meine, die, glaube ich, gespawnt ist, ne? Hier ist noch ein Item. Okay, wir gehen dann nochmal rein. Wir suchen diese Viecher. Man hätte den Fuß mindestens 20 Meter hochheben müssen. Das geht als Samurai-Kampfmaschine. Ich hast so viel Muskel. Oder zu viele Schwerle bei dir. Weil er eins von beiden hat. Das geht nur von der anderen Seite hoch. Das erartet hier in den Jump'n'Run aus, ne? Okay, wir können hier runter. Und das ist scheinbar auch so gewollt. Okay, ich kann da aber außen nicht langlaufen, ne? Das geht nicht. Ach Gott, ne? Ist das der richtige Weg? Ansonsten gehe ich jetzt ein drittes Mal. Das ist schon der richtige Weg, ne? Ich bin nur kacke grad, oder? Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher, ob das nicht so gewollt. Also, ne? Ich weiß es nicht. Ich war einfach so langsam an meinen Jump'n'Run-Künsten. Die sind nämlich echt gut. Ich habe Unravel gespielt. Das ist sehr schwer. Ich bin mal Unravel. Ich kann nichts blind. Was? Jetzt. Oder kann ich hier lang? Oh, ne, kann ich auch nicht. Hier an? Ne. Wo bin ich denn blind? Okay, gibt's hier irgendwie eine Treppe oder sowas? Oh Gott, ne. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Was über sieh' ich denn hier? Ne, Markus tut immer so, als ob ihm das nicht genauso passieren würde. Markus ist gar nicht so anders. Das ist ähnlich. Die sind nun sehr ähnlich. Außer, dass er, Effi mag und ich nicht. Das unterscheidet uns. Auf. Okay, was habe ich hier übersehen? Also, wir haben, wir gehen jetzt mal andere Seite. Wir gehen die andere Seite lang. Steh' erst nicht. Aber schön, dass andere auch so doof sind und ich mal lachen kann. Sonst lachen alle nur über mich. Ich verstehe das nicht. Was? Ist das hier das geheimste Kodama aller Zeiten? Oder was? Da brennen mir schon die Augen. Der trollt uns doch. Ne. Was, was seht ihr denn hier? Also, was, 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 ach so, hier geht's auch nach unten. Oh. Uff, ey. Ach. So, du wahrscheinlich verdienst. Jetzt, ja. Das ist ja. Das war ein bisschen schwierig, ne? Okay, jetzt habe ich echt original vergessen. Da ist er. Da ist der andere. Wir brauchen nämlich noch einen. Den habe ich noch nicht gesehen. Der ist aber im Haus. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich bin da scheinbar dran vorbeigelaufen. Okay, wo soll der andere sein? Der ist... Vielleicht der drinnen halt, ne? Die Frage ist, warte mal, wie... Anscheinend, äh, muss die Tür von der anderen Seite geöffnet werden. Wie komme ich da rein? Warte. Der ist da, also unter dem Ding hier. Aber da komme ich jetzt aktuell noch nicht hin, ne? Scheinbar nicht, ne? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Okay, wir haben... Ah, drei Kodamas, ne? Das müsste der vierte sein, ne? Also der da. Ich ruf mal bei Capcom an. Die müssen riesig... Jetzt ist der halt immer noch da, ne? Hatte ich irgendwie zu wenig Leben? Ich habe gerade nicht auf mein Leben geachtet, ne? Plötzlich war ich tot. Irgendwas ist da schief gelaufen. Äh, da geht halt auch noch eine Tür auf, ne? Das ist aber auch von der anderen Seite. Hm, 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 hm. Ja, die sind jetzt alle weg, aber, ne? Diese kleinen Kackviecher. Ein Viertel hattest du noch, so circa. Achso, ein Viertel, okay. Ja, gut. Dann ist es kein Wunder, dass ich jetzt gestorben bin an so einem kleinen... Ich hatte, glaube ich, auch keine... Kein... Elixier mehr, ne? Ich war jetzt vollkommen in der... Kudamasuche vertieft. Dass ich da irgendwie gar nicht drauf geachtet habe. Ja, hilft mir auch eher nicht. Eine Hattest du? Oh. Oh, warte mal, habe ich da... Ne, ich bin einfach nur ein bisschen paranoid langsam, ne? Dachte, ich habe da einen Kodama gesehen. Ja, okay. Beruhigt sich spielen. Ja, wie komme ich da rein? Man sieht auch nichts von hier, ne? Achso, hi. Okay, wir haben schon wieder genug Zeug zum aufleveln. Scheiße. Ne, war gar nicht so richtig. Äh, war gar nicht so falsch. Kann man hier auch machen. Die Frage ist halt nach wie vor, wo geht es eigentlich zum Boss, ne? Da ist noch eine Kiste. Hey, unten waren wir zumindest schon. Wer war das? Mach mal nicht. Hör mal auf damit. Also langsam komme ich halt... Gewöhne ich mich irgendwie an das Setting hier. Oder an das Level. Dass ich mich nicht 100% arg irgendwie verlaufe die ganze Zeit. Achso, doch. Ich habe wieder keine... Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wenn du halt keine Fernkampf... Munition hast, bist du halt manchmal ein bisschen gearscht. Okay, ja, da geht es wieder runter. Das bringt mich auch nicht weiter. Das bringt mich auch nicht weiter. Und jetzt ohne Druck auch bei uns wollen. Der Boss... Den Boss hatte ich first try. Das hat sie gesagt. Das habe ich mir gemerkt. Das hat sie halt den, ähm... Den ich gestern hatte. Ne, diesen... Den wir vorhin auch schon daneben. Das schon hatten. Hey, guck mal. Bleibt mal bitte da. Bleibt mal bitte nie wieder. Achso, das Ding kann ich hier dann nicht runterlassen. Da ist aber ein Schrein. Ah, wir lassen jetzt halt einen Kodama hinter uns. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt wieder in dem Wald. Das verwirrt mich komplett, Mann. Da ist wieder so ein Ding ins Kirchen. Da ist ein Sudamar. Und eine starke Scheiß-Schlange. Ah, unten Regenschwinde. Ich will halt nicht alle gleichzeitig machen, ne? Das ist halt das Ding. Ah, fuck. Aber ich brauche halt auch Bogen. Brauche irgendwelche Pfeile oder Lundenschoss... Geschosse. Lundenschossgeschosse, so. Das bräuchte ich halt langsam, ne? Da geht's runter. Das ist halt alles mein Tod. Ah, fuck. Okay. Das war's halt nicht. Das ist halt wahrscheinlich... Ah, weiß ich nicht. Ich komme halt auch nicht zu diesen da hoch. Oder doch? Dann müssen wir halt hier lang. Und währenddessen muss man halt den Fernkampfritzen irgendwie abwehren. Ah, fuck. Oh Gott. Okay, heiliger Pfeil 2. Das ist ganz gut. Und gutes Holz. Das ist auch gut. Steht im Namen. Ah, der hat einfach nicht baden geht. Nee, weil ich Angst habe, dass er wieder mitkommt. Deswegen gehe ich nicht baden. Tatsächlich. Da sitzt Ackermann drin. Er hat bestimmt Pippi reingemacht. Als ob er sich da einfach nicht zu schade will. Nee, ich gehe da nicht rein, weil ich Angst habe, dass er wieder mitkommt. Das möchte ich halt nicht. Okay, der löst es zumindest aus. Da. Okay. Okay. Das war's für heute. Ich weiß nicht, wie ich mich zurück verwandel. Scheiße. Aber ganz konkret, das war ein bisschen knapp. Das hätte tatsächlich so ein bisschen mein Tod sein können, aber schnell verwandelt. Ich habe mich quasi schon tot gesehen. R1 Kreis. Oh. R1 Kreis verwandle ich mich auch... Ne, ich verwandle mich anders, ne? Ich verwandle mich halt mit Dreieck und Kreis. Deswegen bin ich so verwirrt, dass das nicht zurückgeht. Oder ich drücke einfach zu viele Tassen währenddessen und es ist gar nicht Dreieck-Kreis. So, hier kann ich zumindest zurückbauen. Die Schleuse öffnen. Und unter mir ist... Da ist der Schreiben. Achso, und hier ist eine... Oh, eine Leider. Ja, nice, nice. Und eine Hülle. Niko ist besser mit dem Schutzgeist Wucht-Counter als ich. Ich kam mit null klar. Was auch ein Grund für einen neuen Char war. Ne, ich habe... Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Tatsächlich. Ich habe halt auch mit dem... Oh, Phantomen war das... Ne, war das ein Phantom? Ich glaube mit dem Phantom... Ne, nicht mit dem Phantom. Das habe ich ja, ne? Mit dem Wildling habe ich gespielt. Das war das, glaube ich. Ne, der Rohling ist, glaube ich, der Tankige. Und der Wildling ist der, der noch ein bisschen Nahkampf gelöst hat. Der so ein bisschen vorgeht beim Kontern. Mit dem habe ich in der Beta gespielt. Damit kam ich gut klar. Also relativ fix eigentlich auch. Und... Im richtigen Spiel, da muss ich mich echt ein bisschen umgewöhnen. Weil... Ne, der, der... Der Trigger für den Wuchtkonter vom Phantom ist halt... Bums schnell. Das ist halt, als ob du mit einer Zestros irgendwie parriest oder sowas. Von daher, das dauert echt... Ein bisschen, um da rein zu kommen. Du hast halt gefühlt ein höheres Parry-Fenster... Ähm... Mit dem anderen. Ich weiß nicht, wie es mit dem Brecher irgendwie ist. Oder also mit dem Rohling. Den habe ich halt noch gar nicht gehabt. Ich habe halt nie getroffen. Äh... Ist dann, äh... Wie Miki Konter. Wenn du nicht triffst. Dauert halt ewig. Ne, deswegen mache ich manchmal so ein bisschen, ne? Deswegen drücke ich manchmal wild. Wenn ich es beim ersten Mal nicht hinkriege, dann versuche ich es direkt nochmal. Ähm... Weil es erstens super schnell geht. Und zweitens, du halt relativ genau damit irgendwie Gefühl treffen musst. Aber sonst klappt es halt nicht, ne? Miki das Ding aus, äh... Rolling ist easy. Damit komme ich gut klar. Achso, Rolling nimmst du jetzt. Okay. Und Voli, einen schönen Namen zu bekommen. Miki das Ding. Ja, ich weiß, den Miki Konter halt, ne? Äh, das... Das war das auf das Schwertreten, ne? Das war Mikiri, glaube ich. Ach, das ist ein Dingens. Ich weiß immer nicht, was die roten Punkte auf dem Map sind. Die ihr zwar nicht seht, aber ich schon. Nice. Jo, roter Blitz, aufs Schwertreten, Profit. Ja. Ne, ja, deswegen... Ich wollte halt schon, äh... Weil der Geist halt auch mit Magie halt skaliert, ne? Ich weiß halt nicht, wie machst du das dann eigentlich? Also... Wenn du jetzt den Rolling hast, hast du einen Rolling, der mit Magie skaliert? Oder... Wie genau? Weil das habe ich nicht so ganz Kraft tatsächlich. Oder ist das eigentlich scheißegal, dass dein Schutzgeist dann nicht mit deiner Hauptwaffe skaliert? Weil das... Ich dachte, das wäre halt auch ein bisschen wichtig halt an der ganzen Geschichte. Und Zack, komm gut ins Bett. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Äh, keine Ahnung. Äh, Wendler-Style, egal. Okay. Auf... Dass du auch mit dem Wendler-Ding einkommst, ne, Markus? Auf! Auf, Markus, auf! Ist hier nicht ein... Sollte hier nicht ein Ding sein? Oder ist das nicht jetzt über mir, ne? Ja. Hier ist angeblich noch einer. Ja, nice. Ne, gut. Wenn das dann halt irgendwie klappt. Da war ich mir halt schon am Anfang nicht sicher, ob das irgendwie... Ja, also wirklich so gut funktioniert. Wenn man das halt einfach nicht macht. Ja. Ne, das ist halt das Ding halt. Wenn das halt relativ kurz ist. Und du das Timing vielleicht nicht so gut raus hast. Von der Attacke. Dann wird es halt mit nur noch ein bisschen schwierig, das zu countern. Und ob wir die Kraft haben zu bestehen. Weiß vielleicht Lazy. Lazy. Vielen, vielen Dank von der Nose. Ganz willkommen. Was gab es von mir? Bist du auch Neo? Ne, ne? Weiß ich nicht. Vielen, vielen Dank. Was bei deinem Schutzgeist gut funktioniert. Es rot aufblitzen zu lassen. Und dann... Was, warte mal. Was bei deinem Schutzgeist ganz gut funktioniert. Es rot aufblitzen zu lassen. Und dann echt zu warten, bis der Gegner dich erst trifft. Nein, deswegen, ne? Das ist halt... Du musst halt wissen, wie schnell die Attacke ist. Und kurz bevor das einschlägt, kannst du halt irgendwie den Konter ansetzen. Bei den anderen Dingern musst du halt das früher triggern. Ne? Das stimmt. Und ein Klu und ein Jingu namens. Natürlich. Oh. Wie weit bist... Wie weit bist du Lazy? Bist du weiter? Und wie schwer findest du's? Kurz bevor... Ja, kurz bevor halt. So. So zum Beispiel. Na, so... So konntet man. Ich kann das Gang gleich nochmal machen. Es ging jetzt ein bisschen schnell. Aber ich zeig euch gleich nochmal. Dann... Muss man... Muss man halt öfter sehen, wie es halt richtig funktioniert. Ich wollte sowieso hier hin. Ich hab halt ehrlich gesagt vergessen, wo ich hochgelaufen bin. Dass ich zu diesem Kodama kam, ne? Ich bin glaube ich einfach nur den Winkel lang gelaufen, ne? Wie geht's euch übrigens? Seid ihr irgendwie gesund geblieben? Ich hoffe ja. Bleibt ihr zu Hause? Ich hoffe auch ja. Na, hier ist ihm hochgelaufen, glaube ich, ne? Weil sonst gab's ja irgendwie nix. Ja, okay. Und dann war hier irgendwo gleich noch Kodama. Es ist die Frage, ob ich jetzt... Naja, die Beschwörer-Kerze irgendwie nehmen sollte. Aber prinzipiell muss ich nicht nochmal da runter. Er ist tot. Hier hau ich das Ding noch rein. Leichte Erkältung, aber sonst fit. Ne, ich hab auch... Weiß ich nicht. Ne, Katanis auch irgendwie sehr... Oder vom Meer drum. Ich auch? Weiß aber nicht, woher das kommt, ne? Wir gehen ja nicht raus. Ach, da ist er. Da war er. Na, das ist ein bisschen strange. Weil wir waren ja auch relativ oft krank irgendwie in letzter Zeit. Eigentlich sollte uns das nicht mehr so angreifen. Ich bin gesund, hab zu 85% neue Wohnung. Nice. Nice, nice. Das war die Bede-Mission, oder? Ähm, das wurde gesagt, ja. Also ich hab die Beta... Die Beta hab ich nicht gespielt, tatsächlich. Welche Mission hast du? Äh, ich hab schon viele Bäume gesehen. Äh, ich bin auf der zweiten Map Hauptmission 2. Ist das jetzt. Also ich habe noch nicht ultra viel gespielt. Also an sich schon relativ viel gespielt. Oh, jetzt hab ich die falsche Taste geholt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber es hat geholfen. Ähm, wir sind bei 5. Und damals, ne? Glaub ich. Einen haben wir verpasst. Einer müsste dann dementsprechend noch kommen. Ich bin aber auch, das ist von Leicht der Crypt. Äh, ja. Ich bin schon ein gutes Stück weiter. Da spiele ich ganz gerade. Sieht für mich mittlerweile gut an. Bei dir fand ich's noch recht easy. Uff. Ich fand die Nebenmissionen davor halt schon relativ krass. Also die fand ich... Oh, fuck. Ja, das tötet mich. Ich hab's geahnt, ey. Ich fand die Nebenmissionen schon echt ein bisschen krass. Die davor kamen, ne? Die eine halt im Prinzip bin wohl, ne? Oder? Ja, ich glaub die eine halt nur. Die andere war gar nicht so hart. Hm, hm, hm. Hm. Okay, ich lauf jetzt mal den Plan vorbei. Ah, jetzt hab ich natürlich meine Seen unten wieder verloren. Ne, ich hab ne Beschwerer Kette genommen, ne? Ja, ich bin, ne, okay. Wollte schon sagen. Ich bin nicht so ultra. Ah, vielleicht bin ich doch ein bisschen da. Das Grab von denen, äh, sieht schon sick aus. Halleluja. Der Grab, achso, der Grab von denen. Achso, das Grab, wow. Ja, den Grab, den, weiß ich nicht, ob ich den als Fähigkeit hab. Das wär halt auch ganz cool. Aber der muss halt auch erstmal treffen. Ob das dann so funktioniert, weiß ich gar nicht. Aber da gibt's halt schon ein paar coole Fähigkeiten. Ich nutz die halt allerdings relativ selten. Ein bisschen. Muss mich da noch so ein bisschen dran gewöhnen. Ich, ich spare relativ viel mit denen. Vergesse sie dann irgendwann. Und nutze sie dann, ähm, im Endeffekt gar nicht. Und das ist mitunter halt echt ein Fehler. So. Wo war der? Andere Lurch. 22 Tonnen sehen. Okay. Wo ist der denn hergekommen? Das war nicht so clever. Ach Gott, das war nicht so clever. Aber. Okay. Hier. Ab dafür. Ist ein bisschen graced jetzt. Weil das halt einfach nur so ein Affe ist. Aber hey. Es gibt ja meine See. Weil ich doch noch irgendwie ein Short Card irgendwie freigeschalten wollen würde. Beziehungsweise. Oh Gott nein. Ich bin dumm. Und ich sehe oft sterbe. Deswegen. Wenn du rüber schaust, sterbe ich meistens. Oh fuck ey. Oh. Das war ein bisschen, ein bisschen nah. Aber schwierig. Das Gute ist, der andere kommt nicht wieder. Ich hab's gesehen. Ja. Cutter hat's auch gesehen. Die guckt mich immer nur rube, wenn ich sterbe. Ja. Ansonsten spielt sie Animal Crossing. Und versucht, äh, vom Kreditteil. Du spielst nicht Animal Crossing? Was? Spielt Fire Emblem. Animal Crossing ist schon durchgespielt. Hat ihr Haus abbezahlt? Sie ist jetzt Tom Luke. Okay. Der kommt hoffentlich nicht wieder. Das war nichts Beste heute. Heute? Ja. Wollte grad sagen. Ich hab schon bessere. Deutlich besser. Ich brauch demnächst mal die besten Falltode in Nioh. Da kannst du ein ganzes Video mitfüllen. Genau. Okay. Ich würde halt schon noch ganz wissen, äh, ganz gern wissen, wo der letzte Godama ist, ne? Ich hoffe, ich hab den halt auf dem Weg jetzt nicht irgendwie verpasst. Okay, jetzt sind wir wieder hier, ne? Genau, jetzt sind wir da. Da sind wir runtergefahren. Beziehungsweise runtergegangen zu dem Godama. Also sind wir jetzt hier im Kreuz gelaufen. Dann können wir uns Richtung Rest begeben. Eigentlich. Alle beiden spielen Animal Crossing. Und ich lade mir World War Z, äh, im Epic Store, äh, for free runter. Ja, World War Z ist, äh, ist es jetzt dauerhaft kostenlos. Ich hab mir noch nicht eins dieser Spiele tatsächlich runtergeladen, ein bisschen. Die es jetzt durch Ruder irgendwie, äh, kostenlos gibt. Weil ich ohnehin genug Zeug irgendwie hab. Und jetzt mich auch nix ultra angesprochen hat, was es da so gibt. Was ich nicht eh schon hätte. Fuck. Das ist eins deren, äh, öchentlichen Games, die es da kostenlos gibt. Ach so, okay. Okay. Ja, weiß ich nicht. World War Z hat mich auch damals noch nicht so angesprochen. Ich bin aber auch nicht so der Ultra-Shooter-Mensch. Klar ist es natürlich, kann man mitnehmen, wenn es kostenlos ist, ne. Aber, ja, weiß ich nicht. Wäre dumm ist nicht mitzunehmen, das stimmt schon. Okay, hier ist ein Boss oder was? Das sieht halt bald so aus, ne. Hier kann ich nochmal, ach so, das ist jetzt zum Anfang quasi. Okay, das ist jetzt die Schleuse, die direkt zu dem, zum Anfang führt. Und noch eine heiße Quelle. Oh, 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 oh. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall zwei verpasst, ne. Aber ich guck jetzt nochmal nach. Aber scheint so, als hätten wir zwei gutermaßen verpasst. Weshalb ich mich irgendwie verzieht oder so muss. Ah, und wir ballern nochmal... Magie rein. Ich hole mir mal noch die restlichen Dinger. Ne, faulte Talisman, da kann man sogar kaufen. Ja, das ist halt das Ding. Okay. Fünf von sieben. Okay, mir fehlen tatsächlich zwei. Tatsächlich. Okay, Markus ist gespannt, ob ich den First Strike habe oder nicht. Der Druck ist sehr hoch. Das ist halt ein toller Cope-Shooter. Ja, deswegen, ne. Laugh for Dead und so, das mochte ich auch ganz gern. Das ist ja... Geht ja irgendwo in die Schiene rein. Aber ich habe ja keine Freunde, die sowas spielen. Ja, dann würde ich es mir vielleicht mal angucken. Aber so bin ich halt in dem Falle nicht mal in der Bredouille halt irgendwie. Nimm. Ah, bomba, okay. Gucken wir mal. Einschneiden! Gucken Sie mal, Versuch. Ich bin zu dir. Ich bin zu dir noch so schlecht. Wir haben uns nicht mehr. Söger. Äh. Söger. Söger. Äh? Äh. Ah, er ist ja bumm so schnell, ne? 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 Oh, er ist ja bumm, so schnell weg. Ah, er ist ja bumm so schnell, ne? Das war's für mich. 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 Okay. Ich find's ganz gut eigentlich. Also es wird immer schwieriger. Ja, es gibt also die ganzen Sachen, die halt bemängelt werden. Es wird teilweise gerecycelt an Gegnern, an Gebieten und sowas. Habe ich bisher noch nicht so wahrgenommen. Gebiete ohnehin noch nicht so, außer das Dojo, was mir halt aufgefallen ist. Gegner recyceln finde ich jetzt nicht arg schlimm. Geht, solange es nicht halt im Übermaß irgendwie passiert. Aber ansonsten mag ich's ganz gern eigentlich. Ich muss halt sehr noch reinkommen. Es ist halt sehr, sehr schwer im Stream wirklich alles zu kapieren und alles auf, naja, die ganzen, die ganzen, die ganzen Knackpunkte irgendwie hinter den ganzen Mechaniken irgendwie instant zu verstehen, während man streamt, während man versucht hat irgendwie zu reden nebenbei. Und dann hast du das geballte Zeug an Gedöns, was du dir irgendwie noch reinprügeln musst, beziehungsweise was du im ersten Moment halt vielleicht gar nicht mal siehst. Und das ist halt sehr, sehr schwer, fand ich. Deswegen Nioh 1 habe ich mit einer ganz anderen Herangehensweise gespielt. Ich habe gedacht, das wäre so ein Souls-like, weil ich auch von der Dark-Schutz-Schiene irgendwie komme und dachte, ey, Nioh ist halt ein cooler Ersatz dafür. Ich hab grad nix Dark-Schutz-mäßiges irgendwie da. Spielst du mal? Und ja, mit Nioh 1 habe ich dann irgendwann herausgefunden, ich hatte okayen Spaß und irgendwann habe ich gemerkt, ey, eigentlich ist das ein ganz anderes, also würde das ganz anders gespielt werden, als du es irgendwie hier versuchst zu spielen. Und da habe ich dann für mich so entschieden, ey, Nioh 1 ist vielleicht doch nicht so meins. Also ich habe es dann durchgespielt, klar, aber ich habe keine DLCs gespielt oder sowas, sondern bin halt einfach nur durchgelaufen und habe halt alle Haupt- und Liebemissionen gemacht, bis dann die Beta halt von Nioh 2 kam. Ich habe jetzt erst die letzte tatsächlich gespielt, weil ich sonst keine Zeit hatte vorher und habe dann doch entschieden, mir Nioh 2 anzugucken und zu kaufen und bin tatsächlich positiv überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass mich Nioh 2 halt doch nochmal kriegt und ich tatsächlich Spaß habe damit. Deswegen, ich finde es ganz gut, tatsächlich. Mal gucken, ob das über die ganze Laufzeit des Spiels halt irgendwie beibehalten wird, weiß ich noch nicht. Bin ja noch nicht so ultra weit. Ist noch echt sehr, sehr viel zu tun, von daher mal gucken. Vor allem müsstest du bei einem Spiel locker 70 Stunden auf der Tanzmater stehen. Ja. Wie viel hatten wir bei Bloodborne hatten wir 7 Streams, die haben wir auch nicht so lange gestreamt. Das waren glaube ich auch nur 5 Stunden, also 35 Stunden oder so, würde ich sagen. Bei Bloodborne, ne? 30, 35 Stunden. Und Ben Werder, schönen guten Abend. Mir geht es ganz gut eigentlich. Bisschen müde. Bisschen sehr müde. Dann ist das Ding aber ansonsten ganz gut. Und ich habe irgendwie Hitzewelle, ne? Ich bin nicht sicher, ob ich in meine Wechseljahre komme oder so. Oder ob es einfach unfassbar heiß ist. Das Problem an dem Spiel ist einfach, das Spree braucht eine ganze Aufmerksamkeit und dann versucht man noch was zu sagen. Ja, deswegen, ne? Deswegen ist es gar nicht so schlecht, sich auch auf Stream irgendwie ein bisschen hinzusetzen und zu farmen. Auch mal die Gräber abzulaufen, Gier zu sammeln und ein bisschen zu gucken. Ich kann das halt nach wie vor nicht mitnehmen, ne? Ich weiß nicht, was ich ablegen kann. Damit ich das aufheben kann. Wenn ich das hier weggehe. Geht ja nach wie vor nicht, ne? Oder habe ich zu viele... Was habe ich denn zu viel? Nicht sicher, wo ich das sehen kann, ne? Warum ich den Kern nicht aufheben kann. Man braucht für Level 300 ungefähr 1,4 Milliarden Amarita auf... Da kann das neben... Äh... Nebenan... Nico deswegen ist hier warm. Das stimmt, ja. Aber ihr ist kalt halt, ne? Aber das liegt daran, dass ich halt nicht so... heiß bin. Das hört sich natürlich nicht, wenn ich was Nettes sage, ne? Schwierig. Der Chat hat gerade gesagt, Kater liegt neben mir, deswegen ist die so heiß. Habe ich gesagt, sie friert aber, das erklärt aber, dass ich... Hat dir das auch heiß jetzt? Oh, geil. Achso, du hast Sexy Grills und Fire Emblem, okay. Liegt doch nicht an mir. Muss euch enttäuschen. Also. Das liegt dran, weil du was... Weil du was weggeworfen hast, äh... Wieder aufgehoben hast. Aber okay, okay. Warte mal, werfe ich's mal woanders hin? Weil ich hab's wieder aufgehoben, das stimmt, ja. Hm. Hier ist ein Handrohr. Nice. Okay, ich hab mein erstes Handrohr. Das hat auch lang gedauert. Weil die Handrohre, die sind halt bumms stark. Ah, okay, tatsächlich. Ich hab's nämlich instant dann scheinbar wieder aufgehoben, halt. Habe ich nur das Gefühl, da sind die Emotes von dir und Slefzog sehr ähnlich. Ist von der gleichen Zeichnerin. Liegt vielleicht daran. Aber tatsächlich, Jamsu hat ein paar Ähnlichkeiten, ja. Ist halt von der gleichen Zeichnerin, von Tia. Also von Fanlau. Er heißt, sie heißt, stream aus Sex. Wow. Ja, nee. Erstmal Fenster aufmachen. Das, das so. Ah. Ja. Ja, warte mal. Ich mach jetzt mal weiter hier, ne. Wir wollen noch... Achso, nee. Das ist nicht das Ding. Das hier ist das Ding. Wir wollen natürlich gucken, was wir jetzt noch hier gemacht haben. Und die Hauptmissionen gehen mittlerweile doch schneller, ne? Oh, krieg ich das jetzt als Begleiter oder was? Höheh, hoheh, hochheh, hochheh. he 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 diese spiele Okay. Die sind halt schon, also die Nummer 1 war halt bitter ernst gefühlt, die haben ja fast gar, eigentlich gar keine Witze gemacht, ne? Und die U2 ist halt gefühlt sehr, sehr viel Slapstick, ne? Oder geht das so? Das ist halt schon so ein bisschen, ne? Die wollen schon witzig sein. Die mysteriöse Burg einer Nacht. Okay, und siehe, eine Burg, erbaut in einer einzigen Nacht. Das beweist die Macht von Koroku und den Kamaitachi. Aber ohne dich hätte ich nie ihre Unterstützung gehalten. Da hatte ich wohl echt Glück, dich als Partner zu bekommen. In dieser neuen Basis können wir den Hauptsitz des Feindes angreifen, die Burg Inabayama. Lass uns das neulich Fürst Nobunaga melden. Aber denk dran, Matassa den Ruhm, achso, denk dran, Matassa den Ruhm zuzusprechen. Damit es ihm Fürst Nobunagas Gunst wieder gewiss und wir lenken keine unerwünschte Aufmerksamkeit von Katsui und den anderen auf uns. Zwei Fliegen mit einer Klappe. So, Siegian. Was ist das? Das ist schon ganz geil, ne? Das ist schon ganz geil. Und dieses Menü habe ich übrigens gesucht halt, ne? Das ist das Ding, was ich vorhin meinte. Ähm, jetzt gucke ich einfach mal. Ja, mehr habe ich nicht, ne? Also bessere Sachen habe ich halt nicht. Aber das ist glaube ich auch jetzt fast komplett ausgeschöpft, ne? Nee, 15 von 18. Ja, gut. Ich weiß halt nicht. Das könnte ich jetzt halt noch aufleveln, glaube ich. Das Enki wäre noch möglich aufzuleveln. Das könnte ja dementsprechend nicht funktionieren, ne? Weil ich das nur einmal habe. Da sollte ich halt nichts kriegen können, ne? Gut. Und das Blut im Wald freigeschaltet. Um dort zugefügte Missionen. Der Weg des Kriegers Schüler. Okay, das ist jetzt auch frei. Das muss ich halt auch mal irgendwie machen, damit wir dann nach und nach irgendwie die Fähigkeiten freischalten. Ähm, hm, 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 hm. Ja, ich kann jetzt meine Ausrüstung nicht nochmal wechseln, ne? Würde halt ganz gerne. Haben wir noch eine Nebenmission irgendwie offen? 46. Da ist 47. Und das ist 50 mit der Hauptmission schon. Okay, dann gehe ich mal da rein. Dann möchte ich um einen Gefallen bitten. Ein Yooka hat mir meine Waffe gestohlen. Dass ein Yooka ein Metamore für mich überlisten konnte, ist wirklich beschämend. Aber dieses Ding verdammt schnell. Würdest du mir helfen, es in die Enge zu treiben? Naja, dann hat er wieder seine Waffe verloren, ey. Was? Du kannst die Mission nicht beginnen, da die Anzahl erhaltener Gegenstände den Platz in dein Inventar bestand. Wie kann ich denn hier in mein Inventar zugreifen? Oder auf mein Inventar zugreifen? Wie kann ich das? Ah, da kann ich zurück. Ihm. Am besten schreien Opfern. Ja, ich wollte ja Opfern schon. Wollte halt generell danach Opfern. Aber ich wollte halt schon erstmal schauen, ob ich irgendwie neue Klamotten anziehen kann. Dann bange ich mal irgendwie die Tür weg. Also gelbe Kram hat irgendwie. So. So. Sollte das jetzt reichen, ne? Ja, 496 von 500. Und dann können wir da reingehen. Aber keine ganzen Malen mit der dicken PS4-Taste. Was? Warte mal. Achso. Du meinst nicht mich, ne? Ich weiß nicht warum ihr euch. Ich hab das Gefühl, das Spiel wurde von Japan eingemacht. Man merkt das, ne? Sehr. Ja. Mach die 46er. Da bin ich explodiert. Ist das die? Das ist die, ne? Marina. Das ist die 46er. Okay. Wir gucken jetzt nochmal fix. Krass. Ah. Wir haben sogar mehrere Handruhe. Okay. Krass. Das hab ich gar nicht gemerkt. Okay. Dann guck ich hier nochmal. Ne. Ich hab grad durchgeschaut. Ne. Ich bin auch ein bisschen bekloppt. Das hab ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hab ja grad drisch durchgeschaut. Alles erachtens, ne? Und das heißt, wir müssten das beste schon anhaben. Okay. Ne. Ähm. Stufe 29. Ich bin nicht sicher, warum das besser ist als mein Zeug, was ich anhabe. Okay. Hier können wir auch nochmal gucken. Hier hab ich super lang nicht mehr reingeschaut. Okay. Es ist halt nach wie vor nix besseres. Hab nichts mit Kodama gespür, ne? Ne. Also meine Kürbisflasche müsste ich halt irgendwie beibehalten. Ja. Das Kodama gespür hat schon eigentlich ganz cool aus. Gegenstand Drop Rate plus 2,8%. Naja. Ne. Lassen wir einfach mal, ne? Lassen wir. Dann opfer ich den Resten, dann haben wir zumindest so ja ein bisschen mehr Platz. Kein Kodama gespür? Äh. Doch, ich hab Kodama gespür. Ich hab's auf meinem, so einem Anhänger hab ich das drauf. Das ist halt das Ding. Das würde ich halt schon ganz gern behalten, weil das halt schon relativ wichtig ist. Ähm. Warte mal. Das Handrohr behalte ich mal. Sperren. So, jetzt müsste ich wieder ein bisschen Platz haben, ne? Ne, 459 immer noch, ne? Was hab ich denn alles bei mir? Warte mal. Warte mal. Was... Was opfert der denn die ganze Zeit? Nur die Waffen oder was? Oh, da bringen. Das sind nur die Machten. Okay, wow. Alle Gegenstände. Ich hab die letzten Male nicht mal... Okay, ich hab die letzten Male echt keine Dinge mehr geopfert. Warum? Ich bin halt auch ein bisschen dumm. 55 Elixiere. Und ich wundere mich die ganze Zeit. Ja, Neo 1, ne? In Neo 1 hast du die Dinger geopfert, da hast du wesentlich mehr Elixiere bekommen. Ja, jetzt weiß ich woran es liegt, ne? Weil ich keine Ausrüstung geopfert hab. Ja gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Ne? Pfff. Alter Kerner kannst du auch opfern. Aber soll ich die nicht irgendwie behalten? Ich weiß... Ah, Kerner möchte ich tatsächlich... Möchte ich nicht so opfern. Weil ich da noch nicht so richtig dahinter steige. Ob ich die irgendwie noch anderweitig verwenden kann. Ähm... Welche gut sind. Bei Ausrüstung ist es okay halt, ne? Beim Rest schwierig. 79.000? Okay, ich hab auch super viel Amrita jetzt bekommen. Und jetzt kann ich erstmal noch ein paar Level machen. Ähm... Okay. Wir bannern alles... In Magie rein. Let's go. 6000 über. Okay. So. Aber liebe Freunde, wir machen Feierabend an der Stelle. Ähm... Wir machen die... Diese Mission machen wir morgen. Ähm... Die Mission an der... Oder... In der Markus explodiert ist. Das ist ein sehr guter Cliffhanger. Beziehungsweise fast schon eine Cliff-Explosion.